Freunde, was geht ab, mein Name ist Jonas, ihr seid auf hiphop.de, es ist wieder Release Freitag und den Herren zu meiner Linken kennt ihr, es ist Clark Sänger, den Herren zu meiner Rechten vielleicht auch zum zweiten heute am Start, Rahim Erbil aus Köln, was geht ab? Wasserfab. Was geht bei dir ab? Bei mir geht ab, dass ich dich gerade anmoderiert habe und du mich mal wieder hochgenommen hast, wie man es kennt. Ne, in Hessen sagt man Wasserfab oder in Frankfurt, ich bin ja eine Zeit lang aufgewachsen. Frankfurter Bub. Ja, also ihr habt da einiges mitbekommen, da hat man immer gesagt Wasserfab. Achso. Was geht ab? Wasserfab. Als Antwort oder anstatt was geht ab? Ne, also als Antwort. Okay, haben wir wieder was dazu gesagt? Was geht bei euch ab? Danke, dass du auch Alter vor Schönheit quasi machst, hier einleitungsmäßig. Ja, ja, genau, das war alles so durchdacht. Ja, du warst ja schon mal am Start im August, da saßen wir hier mit Aria, der ist ja ausnahmsweise mal wieder in Los Angeles. Ausnahmsweise. Grüße gehen raus, Aria. Grüße gehen raus, wie immer und da dachten wir, warum? Ich bringe mir ein paar Süßigkeiten mit, danke. Reichen die hier nicht, die deutschen Süßigkeiten? Ne, man hat doch, das war, ja, ne. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir aus Amerika die Süßigkeiten bekommen haben als Jugendliche. Heutzutage bekommst du ja alles auch hier, aber das ist ein anderes Thema. Also bringe mir ein paar Süßigkeiten mit. Die Winterfresh-Kaugummis, die wollten wir früher immer haben. Die Reese's mit richtig viel Erdnussbutter drin. Oh ja, Mann. Vor allem sind die da auch viel günstiger als hier, aber... Findet ihr die so geil, diese Reese's-Dinge? Ja, auf jeden Fall. Also alles mit Erdnussbutter ist eigentlich geil. Das sind auch die einzigen, wo diese Erdnussbutter-Füllung auch wirklich... Korrekt gemacht ist, ja. Ja, korrekt gemacht ist, die Kombination stimmt. Das ist einfach genau der richtige Geschmack, so wie die es gemacht haben. Es gibt ja auch so Fakes bei Lidl und so weiter. Ja, ciao mit denen. Ich finde, ja, ist einfach nicht so mein Fall. Du bist nicht so der Süßigkeiten... Doch, das schon, aber die Dinger finde ich nicht so geil. Okay, krass. Aber an sich nasche ich auch mal gerne. Die kleine Naschkatze, Jonas. Genau. Ja, klar, du hast noch was zu verkünden, bevor wir zu den Songs kommen, ne? Genau. Am 26.10. findet nämlich in Montpellier das Snipes... Sorry, ich merke schon, das wird heute eine einfache Folge. Das Snipes Battle of the Year 2019 statt. Zum 30. Mal das Battle of the Year. Das gilt als so eine Art inoffizielle Breakdance- und Tanzweltmeisterschaft für ein paar urbane Tanzstile. Und das ist eine unverbindliche Event-Empfehlung hier. Wir schicken da auch ein kleines Team hin und wer es nicht schafft, nach Montpellier spontan zu fahren, der kriegt bei uns auf dem Instagram-Kanal und später auch auf YouTube auf jeden Fall ein paar Eindrücke davon serviert. Ja, wir waren letztes Jahr da auch schon am Start, ne? Genau. Mit einem kleinen Team vor Ort. Da hatten wir auch schon Berichterstattung. Krass, auch schon wieder ein Jahr her. Ja, diese ganzen Tanz-Battle-Events, das ist voll die geile Atmosphäre da immer. Montpellier ist doch auch eine richtig schöne Gegend, schöne Stadt, oder nicht? Ja, safe. War ich noch nie, aber gehe ich schwer von aus. Doch, ich war schon da. Das ist wirklich schön dort, also lohnt sich auf jeden Fall. Nur wegen der Stadt schon. Fährst du hin? Ja. Ja, nice. Stabil! Hat sich das schon mal gelohnt hier in dieser Empfehlung? Aber kommen wir zur Musik des heutigen Tages. Ich denke, die zwei Hochkaräter, beziehungsweise drei Hochkaräter, eines davon ist ein Feature, sind heute klar, während hier Story gemacht wird. Ja, das muss ja hier alles gefüttert werden. Man muss Prioritäten setzen auch. Da läuft ein Bildschirm, da läuft eine Kamera, da ist ein Bildschirm und er macht nebenbei noch Story. Ja, und ich habe hier auch noch geteilten Bildschirmen mit zehn anderen Infos. Hast du wenigstens noch Musik auf einem Ohr, damit nicht nur ein Input hier da ist? Ich werde dazu greifen, wenn ich es kurzfristig brauche. Wenn es langweilig wird. Wenn es langweilig wird. Um die Reizmacht. Wenn wir die genaue musikalische Analyse brauchen und mir irgendein Detail vielleicht nicht mehr einfällt, dann kann ich ja nochmal kurz reinhören. Das war eigentlich die Idee. Um die Reizüberflutung komplett zu machen. Yes, fangen wir doch ganz oben an. Rin featuring Bowser. Keine Liebe ist der Song, produziert von Mintendo und Alexis Troy. Video ist von Nils Hansen von 0815 Video, um hier schon mal die Hard Facts vorwegzunehmen. Ja, ist ja ein Cover von der Flansburger Band Echt. Kann man das als Cover bezeichnen, wenn der Refrain nur... Okay, zumindest die Hook ist ein Cover. Ja, und die Melodie natürlich auch dementsprechend daran angelehnt. Von welcher Band? Du hast es gerade... Ich habe dich abgebrochen. Echt. Echt. Ja, genau. Ich weiß, ich hatte nur... Gerade, wo er es sagen wollte, habe ich ihn... Nee, nee, hat er schon gesagt. Okay, also. Echt heißt die Band, ist aber auch schon... Ja, echt jetzt. Ah, Flachwitz-Challenge heute. Flachwitz-Challenge. Auf ihr richtig seriöse Atmosphäre gehört. Ja, aber warum soll es denn seriös sein? Ja, damit fangen wir jetzt bestimmt nicht an. Damit fangen wir jetzt bestimmt nicht an. Natürlich muss es Spaß machen. Natürlich muss es Spaß machen. Aber man merkt, wir haben schon einige Stunden hier Zeit verbracht. Das ist wie bei den Jahresrückblicken. Da sind so die letzten ein, zwei Videos, die wir drehen, nachdem wir ungefähr dann schon, keine Ahnung, wie viele Stunden vorher gedreht haben, sind eigentlich immer die geilsten, weil es die albernsten sind, weil alle nur noch so Matsch im Kopf sind. Aber die gucken geiler, ne? Äh, doch, die gucken. Die gucken besonders gerne. Ich weiß, letztes Jahr war einer der Top-Kommentare. Man merkt, ihr seid voll im Arsch, deswegen ist es das geilste Video. Ja, die Zuschauer sehen gerne, andere wahrscheinlich leiden. Das ist ja so... Ja, auch einfach diesen albernen Modus, den man halt irgendwann dann hat. Ja, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Spaß und so, finde ich nicht schlecht. Ich mache ja auch meine Reaction-Videos mit dem Know-how und so weiter, aber ich mache trotzdem meine Art, bringe, packe ich da immer mit rein. Ich versuche jetzt super ernst da drin zu sitzen. Es geht immer noch um Musik und Musik ist ja auch etwas, was diese Leidenschaft irgendwie berühren und bewegen sollte und das kann auch über Spaß sein. Finde ich auch zum Vermitteln von Know-how immer ganz gut, dass man da ein bisschen Spaß mit rein macht. Ja, und YouTube soll ja auch Spaß machen. Gerne, ja. Also, es ist ja alles Entertainment. Es darf Spaß machen. Alles Entertainment. Aber, um hier den Satz zu vollenden, die Flensburger Band, echt. Bis 2001 allerdings nur aktiv. Ja. Der Song kam übrigens irgendwie 99 raus, also da war ich auf jeden Fall noch ein bisschen zu jung für. Ja. Du wirst da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen können. Hast du da noch Erinnerungen dran? Ein schöner Jungspund. Ja, klar. War auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Ich kann mich noch an das eine oder andere Mädchen und Date erinnern, wo wir uns zu dem Song geküsst haben. Oh, warte mal. Wie alt bist du? Du hättest ja Fragen sollen. Wann hast du den ersten Kuss gehabt? Wie hießen die Mädels? Wenn ich das noch, das weiß ich definitiv. Aber die hatten ja zwei Hits mit eben dem Du trägst keine Liebe in mir, in dir. Aber war der Titel so lang? Ja, ja, tatsächlich. Okay. Und dann hatten die ja noch den anderen Song. Wie hieß der? Sag mal, weinst du oder ist es der Regen? Ach, das auch von denen. Voll die miesen Hits, Alter. Ja, das waren super Hits. Also echt war unfassbar groß damals. Das war auch echt, das war quasi, das war sogar vor Tokio Hotel. Weil eine deutsche junge Rock-Pop-Gruppe, die, das war unfassbar. Also das, da hat man auch wirklich wieder Hoffnung gehabt, dass man vielleicht als deutscher Sänger in einer Band es vielleicht schafft, in Deutschland erfolgreich zu werden. Das ist krass, dass du gerade Tokio Hotel ranziehst, weil kurz bevor du den Satz vollendet hattest. Grüße gehen raus an die Jungs. Kurz bevor du den Satz vollendet hattest, das ist wie Tokio Hotel, dachte ich, du wirst das sagen, als Vergleich. Weil es war auch so etwas, woran ich gedacht habe, als ich heute noch mal das Video gesehen habe, so Teenie, die dann so als Rock-Band funktionieren, voll durch die Decke gehen und lustigerweise ja auch, also die kommen aus Flensburg, das ist natürlich, also nördlicher geht es ja gar nicht in Deutschland. Tokio Hotel kommt ja aus Magdeburg, also jetzt auch nicht komplett anderes Ende von Deutschland, schon irgendwo ein bisschen Das kann kein Zufall sein. Kann man ein bisschen parallel erkennen. Okay, nordische Luft meinst du? Genau, die nordische Rock-Luft. Nee, aber echt, es hat sich leider getrennt, das war auch ein Riesendrama, fast so wie Take That auf internationaler Basis dann allerdings, aber der Kim, wie heißt er weiter? Komm, ist egal. Der ist immer noch Regisseur allerdings, der macht Videos, Filme und Videos, der hat auch ein Musikvideo gemacht von irgendeiner Nummer, die in den letzten zwei Jahren hier in der Deutschgeschichte Kim Frank. Kim Frank, genau, ganz bekannt. Nee, wirklich, er macht auch coole Filme, der hat ein richtig geiles Musikvideo gemacht, ich glaube, das war letztes Jahr, leider weiß ich den Titel nicht mehr. Guck das mal eben nach, Clark und ich denke, Jonas kann weiter hier über den Release von Rhythm und Bowser reden. Er hat viele Mark Forster Sachen gemacht. Genau, er hat Videos gemacht für Andreas Burani, Al Tavir, Revolver Hell, letztes Mark Forster, also die ganze Udo Lindenberg auch. Seht ihr das? Also er hat wirklich viel gemacht, das fand ich super faszinierend und wirklich auch, er hat auch einen Film gemacht, der lief allerdings, glaube ich, nur um TV, der war auch super interessant, da ging es um, Wach? Genau, Wach, lief erst mal nur um Fernsehen, war letztes Jahr, glaube ich auch, oder vorletztes Jahr, und wurde dann auf YouTube auch ausgespielt, war auch sehr interessant, sehr, sehr, sehr schön, auch dargestellt der Film, da ging es auch um, um eine junge Frau mit irgendwie Drogen und so weiter, war sehr, sehr cool, also ich muss sagen, filmtechnisch, er ist der Kunst treu geblieben, ohne Witz, also, er hat da wirklich ein Auge für, ich finde das wirklich super. Wow, jetzt fügen sich hier gerade Dinge zusammen, in einem Song hat Ali Neumann mitgespielt, die auf der Tretman-Single, in dem Film, in dem Film, Ali Neumann mitgespielt, die auf der Tretman-Single drauf ist, oder? Ah, oh mein Gott, Alter, was für Dinge passieren, und Dad Adam hat einen Soundtrack gemacht, genau, Dad Adam hat einen Soundtrack gemacht, deswegen, das habe ich auch noch mitbekommen. Ja, guckt auch das Dad Adam-Interview mit Toxic von vor drei Jahren, um an der Stelle... Heute hat übrigens T.J. Beast Boy eine neue EP gedroppt, von Dad Adam, so, und jetzt schließt sich der Kreis und wir kommen zu... Boah, wir beenden das an der Stelle, krasser kann es nicht mehr werden. Da siehst du, wie viel Input hier kommt, wenn jemand Neues hier sitzt. Wenn mal jemand mit Ahnung hier sitzt. Das habe ich nicht gesagt, Neues, ich habe Neues gesagt. Musik. Aber gedacht hast du es. Musik, Back to the Music. Genau, Back to the Music. Das ist an der Stellung, du gehst ja hier. Eine Unverschämtheit. So, aber kommen wir zur Musik zurück, Bowser als Feature... Feature... Als was? Als Feature-Gast. Als fieser Gast. Als fieser Gast am Start. Fand ich jetzt nicht so mega überraschend. Der hat ja geheim gehalten, wer als Feature da drauf ist vorher. Also ich hatte jetzt... Also irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, weil es vielleicht zu naheliegend war, um sich das zu denken. Weil ich dachte, er packt jetzt wirklich aus, mit dem man so gar nicht rechnet. Travis. Ja, okay, genau. Checkt das GQ-Cover von Aria ab. Travis Scott auf dem Cover der deutschen GQ-Interview von Aria, um hier die Werbung auch noch gemacht zu haben. Ähm, ja. Aber dann habe ich auch gedacht, hatten die überhaupt schon eine Zusammenarbeit? Ne. Das ist ja... Er meinte ja irgendwie das erste Mal Zusammenarbeit und Traum, den er sich erfüllt oder irgendwie sowas, hat er glaube ich geschrieben. Also irgendwie verrückt, dass ich es nicht so überraschend finde, obwohl die noch nie eine Zusammenarbeit hatten. Ja, weil die beide aus Bielkheim kommen und auch schon häufig miteinander gesehen wurden. Beide aus der gleichen Stadt, beide einen sehr modernen, musikalischen Sound, also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, müssen wir mal was machen. Und funktionieren tut es ja trotzdem, da soll ich es jetzt gar nicht abwerten. Nur ich hatte mit irgendwem gerechnet, wo man sich denkt, boah krass, wie kam jetzt die Connection zustande. Aber gut, dem war nicht so. Trotzdem ein Riesen-Highlight. Aber auch das Produktionsteam Alexis Troy und Nintendo, die haben ja auch, war das nicht die letzte Woche von RIN die Nummer gemacht? Oder... Fabergé war vor drei Wochen durch. Genau, drei Wochen, boah krass. Ja, auf jeden Fall, das hatten die ja gemacht, ne? Genau, ist ja auch so, ist ja deren Stammteam inzwischen an Producern. Finde ich krass, dass Alexis Troy da jetzt immer mehr reinkommt. Er hat ja zwischenzeitlich oder schon lange eigentlich viel auch so Werbemarketing-Sachen gemacht in Produktion, was ich ja auch mache und dann eben auch viel für Kollegah und so weiter gemacht. Ja, ich glaube, der ist einfach so die ganze Zeit an Elvius' Seite quasi. Der hat für die 257, das hat der Holland und den anderen Hitler, Holz, hat er beide produziert. Mega gut. Voll viel. Der hat für fast alle Selfmade-Künstler immer Beats gebaut und ganz unterschiedliche Dinger so. Ja. Und jetzt macht er halt mit Nintendo die RIN-Dinger und das klappt auch. Das ist echt eine super interessante Kombi, weil Alexis Troy sehr krass, glaube ich, so auf Sounddesign, Geschichten achtet, also wirklich wie einzelne Sounds klingen und vielleicht ankommen dann beim Zuhörer. Und Nintendo schätze ich so ein, dass er mehr so dieses absolute neue Generation-Ding mehr auf dem Bounce und auch gerne mal so Revival oder eben Retro-Sachen dann einbaut, aber mehr mit diesen neuen Spiele rein und so. Ja, aber diesen Zeitgeist-Bounce da irgendwie dann reinbringt. Deswegen coole, coole Kombi, finde ich. Ich fand Fabergé auch sehr, sehr cool. Ja, und dann eben noch mit dieser alten Hook, das ist schon witzig. Und dieses ganze Video auch eine Anlehnung an American Psycho sind da einige Szenen. Okay, cool. Habe ich leider nicht gesehen, das Video. Die ganzen Szenen mit Bowser. Ich habe schon eine Reaction dazu gedreht auf meinem Kanal. Dürft ihr gerne vorbeischauen. Er hat einen Kanal. Abonnieren, angucken, alles. YouTube.com slash Rahim. Vielen, vielen Dank. Da ist, das hatte ich auch erst mal nicht gecheckt, aber das sind ganz viele Anlehnungen, haben mir meine liebe Community in die Kommentare geschrieben. Das ist American Psycho. Und das Cover ist von Kids. Kennt ihr den Film noch? Ja, ja, natürlich. Das haben die von Kids, haben sie sich da inspirieren lassen. Also ganz viele Rückblicke. Alexis Troy, wirklich absolutes Multitalent. Du hast es gerade schon erwähnt. Er macht einmal so 2,5,7 das, was halt so, ja schon so sehr Schlager-mäßig ist. Dann hat er das Zu-Helter-Tab-4 unter anderem gemacht von Kollegah. Und das war, soundtechnisch hatte kein Album von Kollegah einen derart stringenten roten Faden. Also da hat er wirklich einen genialen Sound-Teppich für Kollegah geschaffen für das Zu-Helter-Tab-4. Und im nächsten Moment macht er dann wieder was für die 2,7. Jetzt macht er RIN seit einiger Zeit. Der hat ja auch Monika Bellucci hat er glaube ich auch produziert. Ja, ja, genau. Also einen, der, oder wenn nicht der größte wird von RIN bisher. Also sehr, 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 sehr krasser Produzent. Und Dior 2001 hat er auch produziert. Sehr versiert, merkt man einfach. Erinnert mich stark an mich selbst, nur dass ich nur noch nicht so viele Hip-Hop-Placements habe. Kommt noch. Ja, darüber haben wir ja auch gesprochen, unter anderem. Ja. Wir haben uns ja unterhalten vor einigen Wochen. Ja, sehr intensiv. Oder vor wenigen Wochen, sagen wir mal. Wie, Interview kommt jetzt aber dann auch jetzt endlich raus die nächsten Tage. Checkt das auf jeden Fall auch aus. RIN war bei mir zu Gast im Format Macher, denn der bist du auf jeden Fall. Und warum das so ist, das seht ihr dann im Interview. Ja, da wisst ihr dann auch endlich mal, wer ich tatsächlich bin und was alles hinter mir steckt. Genau. Und was... Einen kann ich hier noch droppen zu Alexis Troy, wenn wir gerade dabei sind. Afro-Trap Part 8 hat er natürlich auch gemacht. Ah, krass. Von MHD. Für MHD. Aus der Länge der Afro-Trap-Reihe. So, was sagt ihr denn generell zu dem Song? Hat der euch abgeholt? Also... Ja. Ich hab nur allerdings direkt danach Apache gehört und dachte mir... Der frisst die. Ne, das jetzt nicht, aber dass er... Dass Apache momentan schon es dann schafft, einen RIN und Bowser ein bisschen in den Schatten zu stellen. Was ich... Musikalisch oder... Also ich hab... Das ist natürlich jetzt rein... Ja, es ist schon subjektiv so. Ich hab den Song einfach beim ersten Mal mehr gefeiert. Du bist Journalist. Du musst objektiv Musik bewerten, bitte. Ne, das schreiben ja nur YouTube-Spassis. Oh. Shorts feiert. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ja, Leute. Das ist halt einfach so ein Trugschluss. Ne, wir müssen nicht objektiv sein. Das ist ein Meinungsformat. Punkt. So. Mich hat einfach der Song von Apache im ersten Moment mehr abgeholt. Ich feiere RIN und Bowser auch. Und jetzt, wenn ich beide öfter gehört hab, bewegen sich jetzt doch langsam auf der gleichen Höhe. Das mit dem in den Schatten stellen war mehr so ein bisschen Hype-mäßig. So, wenn man sich die Klicks angeguckt hat. Also ist schon krass, wie so ein Apache da jetzt auch mit der Aufmerksamkeit zur Zeit selbst solchen beiden nach wie vor extrem gehypten Hochkarätern mal kurz den Rang abläuft. Ja, alter, Apache hat gerade Hype des Grauens. Der hat Momentum... Wenn nicht am meisten. Also er wenn... Ich glaube, er hat das Momentum schlechthin gerade. Ja, klar, wer sonst. Also ich mein, Kapi, Samra und so, okay, wenn die droppen so, dann gucken die Leute sich das auch noch sehr früh, sehr schnell und sehr häufig an. Ja. Aber so von den Relationen weißt du, Apache kommt gerade hoch und spielt einfach schon bei denen in der Liga mit. So, da hat jetzt wahrscheinlich knackt er bald die Millionen mit dem Song schon am nächsten Tag direkt. Apache hat schon geknackt. Ja, siehst du, also... Krass. Es läuft und... Ja, also... Ja, den Hype hat er definitiv. Ja, ja, zumindest erfolgstechnisch auf jeden Fall. Das kann man definitiv sagen. Ich fand jetzt... Aber nicht, dass er mit seiner Nummer... Also ich jetzt... Ja, so hart formuliert... Ja, er hat Rin und Bowser nicht in Schatten gestellt. Also allein... Das war aber hart formuliert. Das hat er auch gesagt. Ja, das hat er auch gesagt. Ja, das würde ich jetzt nicht so behaupten. Ich habe es nicht so empfunden. Ich habe, wie gesagt, zu beiden auch schon eine Reaction gemacht. Ich fand, dass vom Musikalischen her und vom Tontechnischen her und das Video war bei Bowser und Rin... Rin und Bowser, sorry. Wirklich, da ist schon nochmal so eine Quintessenz mehr an Qualität auf allen Leveln. Das Video auf jeden Fall. Video safe. Ja, das Video war krass. Aber das ganze Konzept hinter diesem... Nur diesem einen Song. Man merkt schon, dass da noch mehr an Kreativität dann drin steckt. mehr so dieser eine Film, den man auch versteht, diese ganzen Zusammenhänge und wie mit American Psycho... Da ist einer dahinter oder mehrere Leute, die eine Vision haben und die so umsetzen wollen. Ja, das ist ins Video noch eingebaut und dann ein Song von vor 20 Jahren, einen deutschen Song... Welt... Ich wollte schon Welt-Hit sagen, aber ein deutscher Welt-Hit. Deutscher Welt-Hit. Damit reinzubauen in so einen Song. Das ist schon... Das finde ich schon... Das ist ein anderes Level. Und wirklich tontechnisch fand ich das wirklich auch... noch ein gutes Schritt besser als Apache. Was mir da aufgefallen ist, ich glaube, es war nach der zweiten Hook oder nach dem zweiten Part, wo dann Bowser und Rin quasi gleichzeitig die Hook singen nochmal. Das fand ich klang extrem nice. Das ist mir aufgefallen, wenn wir jetzt über den Sound vor dem Ding sprechen. Ansonsten ist das jetzt nicht irgendwie besonders krass in Erinnerung geblieben. Also ich weiß nicht mehr, ob der Beat irgendwie besonders war. Also bei mir jetzt nicht so... Das tatsächlich ist mir aber auch aufgefallen, das ist bei beiden, bei Apache und bei Rin Bowser-Nummern. Das sind so Nummern, die... Das habe ich vor allem bei der Apache-Nummer auch schon gesagt, das plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ja, perfekt. Das ist da, es läuft, es ist alles super produziert, es klingt gut, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, das ist... Anders. So, den pumpe ich jetzt direkt im Auto, den will ich auf jeden Fall... Meinst du jetzt bei Apache oder bei Rin oder bei beiden? Bei beiden. Ja, das erinnert mich eigentlich genau daran, was ich hier vor drei Wochen zu Fabergé gesagt habe. Da meinte ich nämlich auch, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, ja, ist cool. Aber, was, keine Ahnung, echt so ein Rin-Phänomen zu sein scheint, ich habe den Song dann jetzt noch ein paar Mal öfter gehört, irgendwie hat er sehr krass so dieses, man muss sich ein bisschen reinhören. Aber Dicker, das gibt es natürlich jetzt nicht nur bei Rin, das ist ja generell ein Phänomen. Das ist ein Pop-Phänomen, das ist bei Pop-Musik so. Nee, das sehe ich nicht so. Nee, 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 nee. Das sehe ich nicht so. Also, ich bin ja auch Pop-Fan und wenn mir ein Popsong gefällt, dann gefällt der mir auch direkt. Du kannst ja einen Song schon bewusst so aufbauen, dass er direkt von vornherein eingängiger ist, also schon von der kompletten Komposition her und vom Songwriting und Textwriting und so weiter. Und das macht Rin nicht per se. Okay, da ist schon so ein bisschen, ich finde, das sind schon Nummern wie bei Fabergé, die muss man zwei, dreimal hören, bis die so richtig kleben bleiben und dann bleiben die aber auch richtig hängen. Genau. Das ist jetzt nicht so ein Song, den du einmal hörst, wie die, 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 was war, was habt ihr gerade gesagt? Klappi? Nee, von ihm die erste Nummer, die so super durch die Decke ging. Von Apache? Kein Problem. Monika Bellucci. Monika Bellucci, genau. Das ist ja ein komplett anderer Stil, auch wie es rhythmisch aufgebaut ist, was für ein Tempo wir fahren. Das sind komplett andere Dinger. Das ist nichts, wo du dich sofort zu bewegst, jetzt der neue Song. Ja, aber ihr wisst auch, was ich meine mit, weißt du, so im Radio kriegst du einen Song, du hörst den einmal, denkst du, ja, okay, noch so einen Popsong. Dann hörst du ihn das zweite Mal, denkst du, ja, okay, vielleicht nice. Und beim dritten Mal hörst du den dann wieder und dann kannst du schon mitsingen, obwohl du ihn gar nicht so krass findest. Nee, ich glaube, so bei dem typischen Popsong ist dann eher irgendwann das Phänomen, okay, jetzt feiern das alle, dann feiere ich das auch, weil ich es dann immer wieder... Genau dann, genau dann nicht mehr feiern. Aber ich habe bei dem Apache-Song... Nee, also ich finde, bei dem RIN-Song ist es mehr so dieses, dass man sich erst dann ein bisschen, wie gesagt, so reinhören muss, jetzt gar nicht, weil ich finde, es ist halt, klar ist das eine poppige Richtung, aber wie du sagst, es folgt jetzt nicht nach einem Schema F, wo man dann sagt, okay, der hat das jetzt genau kalkuliert und das holt jetzt direkt jeden ab, weil es dann doch eben RIN ist und kein typischer Popsong, weil RIN da halt seine eigene Note mit reinbringt, die es jetzt nicht einfach so massentauglich macht, sodass man sagt, okay, das wird jetzt eben gefallen. Alter, aber wenn du gerade... Es ist schon Mainstream, einfach weil es harmonisch angelegt ist. Ja, aber ich finde es nicht... Aber es ist nicht so Mainstream, dass man jetzt sagt, das ist wie ein Katy Perry-Song. Ey, aber ein Song von 1999, neben den... Alle Leute haben den noch in Erinnerung. Das ist doch... Das ist doch viel einfacher, da geht es doch nicht, den Ohrwurm zu landen eigentlich. Genau, aber das ist dann auch so ein Beat, der eigentlich von den Harmonien her eher so... Ja, nicht super eingegangen. Das ist schon... Das ist genau der Mix. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr bewusst, dass es schon Mainstream ist, aber nicht dieses... Oh, RIN verkauft sich. Er macht gerade voll die Popmusik. Nein. Das nicht. Ich finde, das hat schon noch dieses gewisse Etwas, was RIN halt von anderen Pop-Songs dann noch abholt. Ja, genau. Und deswegen hat er... Super clever halt. Auf jeden Fall, dieses Phänomen ist mir bei ihm besonders aufgefallen, dass ein Song mir von ihm beim fünften Mal meistens besser gefällt als beim ersten. Ja. Außer zum Beispiel bei Vintage, was halt aber auch voll der... Das war jetzt kein In-die-Fresse-Song, aber einer, der schon... Boah, du... Ja. Ja, aber schon ein bisschen In-die-Fresse. Ja, natürlich, aber wir haben... Also In-die-Fresse, das wären dann für mich irgendwelche JBG-Songs. Das sind In-die-Fresse-Songs. Ach so, okay. Aber rein vom Soundbild jetzt ja in der Relation von anderen RIN-Songs war das natürlich schon In-die-Fresse-Song. Der hat dann natürlich einen anderen Effekt und auch eine andere... Ja, das war aber auch der Beat, der war schon bekannt. Der ist dann beim ersten Mal dieser Wow-Effekt und der knallt dann und so, weil das halt nichts ist, womit man rechnet. Das war ja der Dirt-off-your-shoulder-Wissen-Gebiet. Ja, das kennt man ja und der sitzt dann sofort. Ja, aber selbst wenn man den nicht kennt, ist das ja was ganz anderes. Ob du den hörst, ist das ja was anderes, wenn du den zum ersten Mal hörst oder wenn du jetzt zum ersten Mal keine Liebe hörst. Das löst ja was ganz anderes in einem aus. Genau, ja. Aber es liegt, glaube ich, vor allen Dingen eben an den ganzen musikalischen Griffen, die da gemacht werden. Allein schon eben, wie die Rhythmus-Sektion aufgebaut ist, dass das Ganze eher treibend ist, aber so plätschern treiben nach vorne der Rhythmus und nicht dieses wir können gleich dazu moschen. Das ist ja der Unterschied und deswegen bleibt das auch vielleicht anders hängen oder eher nicht hängen oder man muss es ein paar Mal hören. Wollen wir von da direkt die Überleitung schlagen zu Apache 207, der heute... Geburtstag hat herz... Nein, Spaß. Ich glaube, bis jetzt der einfachste Song so und wo man am wenigsten noch von Apache selbst drin hat, würde ich sagen, den wir dieses Jahr gehört haben oder in den letzten zwei Jahren seit es Apache gibt. Ihr seid da beide recht kritisch, ne? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man am wenigsten von Apache hört. Das Ding ist nur, das habe ich in meiner Reaction auch gesagt, es fehlt Apache, kann man schon sagen, also seine Edginess habe ich es genannt. Es fehlt die Kante, die Apache ausgemacht hat, so wie wir ihn bei... Okay, lass mal noch nicht in der Vergangenheit drüber sprechen, die ihn ausmacht. Ja, stimmt. Es ist noch nicht vorbei, weil er jetzt... Nein, die ihn ausmacht, das ist ja nicht Vergangenheit, sondern das, wofür ich Apache kenne, die Sachen, die er bisher herausgebracht hatte. Roller, die letzte starke... 200 kmh. Starke Nummer 200 kmh. Ja. Was war das? War die letzte vor... Oder nicht? Doch, ne? Ja, 200 kmh kam danach und ist auch in den Charts die ganze Zeit gewesen. 200 kmh. Ja, und... Genau nicht später. Brot nach Hause, kein Problem. Genau, ja. Brot nach Hause zum Beispiel. Also diese Nummer war sehr weich gespült, aber ich glaube nicht... Welche jetzt? Die neue. Die neue, ja. Wie ist der Titel? Warum tust du dir das an? Warum tust du dir das an? Ich finde aber, dass trotzdem... Eigentlich ist Apache drin. Ich habe es ein bisschen dann irgendwann am Ende dachte ich, okay, eigentlich ist es... Man würde es früher, hätte man es als Albumnummer bezeichnet. Das ist so eine Nummer, die man vielleicht nicht unbedingt als Single rausgehauen hätte, weil man weiß, dass sie nicht so eingängig ist. Erst, das ist doch wieder voll... Das ist doch voll der Hit. So, also... Die Nummer? Das kann doch wieder voll in den Charts sein. Das ist ein sehr ruhiger Hit. Okay. Aber ich finde gerade dadurch, dass es halt so... Also ich finde ruhige Hits? Okay. Es ist halt so... Aber es ist doch Todes-Ohrwurm, das Ding, oder nicht? Das ist ein Neue jetzt. Ja, klar. Warum tut es dir das so? Ne, 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 ne. Das ist auch wieder so eine Astrei-Eine-Melodie. Ja, von der Melodie alles, ja, ja. Gesungen ist das wieder super so. Also handwerklich... Genau, habe ich auch gesagt. Würde ich sagen, krasses Ding, aber... Gesangstechnisch waren auch wirklich Stellen drin, die habe ich auch explizit benannt. Könnt ihr bei mir im Video dann sehen. Da, wo er von der... Guckt das auch noch hier, das Video. Dann könnt ihr euch die 27 Videos, die Reihen hier kurz, auf die ihr verwiesen habt, in der Woche produziert alleine. In einer Nacht. In einer Nacht tatsächlich, ja. Ich habe, weil er von der Bruststimme zur Kopfstimme richtig sauber dann darüber steigt, dass der Technische ist, das ist super. Die Melodien sind sogar cleaner und das Writing, das Textwriting ist sauberer als jemals zuvor. Dass da wirklich das so sauber geschrieben... Weil manchmal waren da so Sätze drin, wo ich dachte, hm, da ist eigentlich eine Silbe zu viel drin. Ja, ja, genau. Aber genau das... Aber das war der Swag so. Ja, das war Apache für mich und das meine ich ja. Das war so, hä, eigentlich ist das voll weird, weil er echt teilweise zu viele Wörter reinquetscht und die dann auch noch in einer komischen Melodie vielleicht macht, die ein bisschen ungewöhnlich ist für den Mainstream-westlichen Popmusikhörer. Und das ist in diesem Song nicht mehr drin, deswegen ist Apache einfach... Oder diese edginess Apache-Fee drin, so die Kante ist nicht mehr da. Das ist das, was du auch meintest. Ja, ich weiß, was ihr meint, ich sehe das aber eher positiv als negativ, weil es ist... Für sein Erfolg vielleicht. Ich finde, es ist immer noch sehr viel Apache drin, dadurch, dass er halt... Krass singt. ...sehr verschiedene Stimmenfarben hat, dann diese sehr krassen Gesangstellen, kurz für der Hook einmal, dann hat er... Also eigentlich, er macht die Strophen und die Bridge und die Hook alles in verschiedenen Sounds und also Stimmfarben. Das hättest du jetzt wahrscheinlich professioneller ausdrücken können. Aber, also ich finde da sehr viel, obwohl die Hook so sehr eingängig ist und generell die Melodie und so und man ist da schnell drin und es bleibt hängen, ist da schon sehr viel Abwechslung, finde ich, drin in dem Song selber. Also er macht da sehr verschiedene Dinge und gerade weil es halt mal eine etwas ruhigere Nummer ist, also ich finde, Roller und 200 kmh habe ich auch sehr gefeiert, aber ging so beides in eine sehr ähnliche Richtung und das nimmt jetzt mal ein bisschen das Tempo raus, es ist wesentlich ruhiger und trotzdem finde ich, dass man sofort merkt, okay, das ist ein Apache-Song. Also mir würde jetzt nicht direkt jemand einfallen, der den auch so gut hätte umsetzen können in Deutschland. Nee, also die Stimme ist krass und der Gesang ist krass und ich finde es eigentlich geil, ja, aber ich finde es geil, dass er das jetzt auch mal auf so einer ruhigeren Nummer zum Besten gibt. Ich glaube, dadurch, dass man seine Stimme jetzt einfach kennt, also die Stimmenfarbe, die er hat, durch diese krassen Nummern, die er hatte, die schon, sage ich mal, so ein bisschen dagegen gelaufen sind, aber nicht zu viel, also die hatten immer diese 5% extra drin, dass es seine eigene Note einfach drin war und nicht zu mainstreamig dann wurde. Aber jetzt in dieser Nummer, mittlerweile kennt man ja seine Stimme, kann er das schon machen, dass er doch sehr abgerundet klingt und doch sehr mainstreamig, finde ich, mit seinem eigenen Stil noch. Ich finde aber schon, dass es nicht mehr dieses, also gerade der Song jetzt nicht diese Apache-Kante hat, aber, ja, aber weißt du, wenn der jetzt wieder so gewesen wäre wie die anderen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, jetzt macht er schon wieder das Gleiche, also keine Ahnung, ich beäuge den halt auch sehr kritisch, weil auch die anderen sind nicht alle gleich. Ein extrem guter Künstler einfach. Das definitiv. Also ich finde auch, er hat, also natürlich, er hat auch die Messlatte sehr hoch gehangen und er hat jetzt seinen, seinen Output, seine Output-Frequenz natürlich extrem erhöht die letzten Wochen und Monate. Vorher hat man jetzt, also man kennt natürlich jetzt auch immer mehr von ihm, was ja ein ganz normaler Verlauf ist, so, weil er jetzt auch, äh, die EP kommt nächste Woche und er ist jetzt bei allen auf dem Schirm. Es ist jetzt nicht mehr so ein Geheimtipp, wo man dann denkt, okay, der hat nicht, ich kenne jetzt nur ein oder zwei Songs, was macht der wohl beim nächsten? Natürlich geht auch irgendwann der Überraschungseffekt weg. Deswegen finde ich es umso geiler, dass er jetzt mal ein bisschen in andere Richtung gemacht hat, ohne jetzt sich voll anzubiedern an irgendwas, was man, wo man denkt, ja, okay, jetzt macht er das auch noch. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Also ich finde, sein Stil ist da, das ist ja klar, weil so wie er halt singt, wie er Wörter betont, wie die, ja, wirklich einfach seine Stimme, wie er sie benutzt, das ist auf jeden Fall alles drin. Also ich finde, er macht es extrem, wo man, also bei ihm kann man wirklich sagen, er benutzt seine Stimme als ein Instrument. Weil eine krasse Stimme haben vielleicht viele, aber dass sie auch wirklich damit umgehen können und sie wirklich wie ein Instrument benutzen können und verschiedenartig einsetzen können, das gelingt ihm schon extrem gut und ja, ich finde, ihm ist es sehr gut gelungen, mal Abwechslung reinzubringen, aber trotzdem noch einen Apache Song zu liefern. Ja, aber könnte fast auch im Radio laufen, oder? Alter, fast. Klar, aber das ist jetzt für mich dann nicht, dass ich sage, okay, jetzt hat der, also im Radio laufen auch verschiedene Dinge. Mittlerweile ja, mittlerweile ja. Einfach verschiedene Dinge. Dings, ganz kurz noch, Produktion ist von Mixon und McCloud, die jetzt dadurch auch ein neues Ding haben, Producer-Shoutout, weil sonst hat ja Loredana deren, deren Shoutout und jetzt macht er es am Anfang. Mixon und Dietz, auch drauf. Okay. Hat Dietz auch noch drauf? Okay. Hat Dietz nicht schon häufig, hat er häufig mit Mixon und McCloud oder schon häufiger für Apache produziert? Mixon und McCloud. Mixon und McCloud. Der ist bei Edition Cray, Edition Cray, von Mixon. Okay. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt ein neues Shoutout dann von denen ist für, also generell. Producer-Tag meinst du? Äh, Producer-Tag. Ah, Producer-Tag meinst du, okay, ich habe gar nicht verstanden. ja, ich habe den falschen, immer die Sammattörer. Ich habe, während ich das gesagt habe, wusste ich, das ist der falsche Begriff. Wieso knarzt dieser Stuhl eigentlich so, als ob man furzen würde? Dann, danke für den Hinweis. Dann kam aber keine Korrektur, deswegen dachte ich, habe ich doch den. Ich wusste gar nicht, was du meinst. Und Video von NBP Films, die auch schon vor dem Hype am Start waren und unter anderem zu No No ein sehr, sehr schönes Video gemacht haben, was jetzt letztens Geburtstag gefeiert hat. No No? Ja, das ist mit so Sequenzen, die immer dann rückwärts abgespielt werden und das sieht im Video extrem nice aus. Hm. Aber um den Satz zu vervollständigen, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt der neue Producer-Tag ist, aber zumindest hat Apache offenbar gesagt, ey, ich mache das jetzt bei meinem Song selber. Weil sonst haben die ja immer Loredana als Producer-Tag. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen bei der Reaction gestern. Ja. Sehr gut beobachtet. Vielen Dank. Danke, dass du auch mal lobende Worte hast für mich. Ja. Gewöhn dich nicht dran. Nee, nee. Man muss das ja auch rar halten. Ja, deswegen heiße ich Rahim. Bars. So, next. Ja, komm, gehen wir mal mit Rap anfangen? Ah, ja. Boah. Ja, komm, ey. Das waren doch beides jetzt keine Rap-Tracks, seid mal ehrlich. Ja, es sind Tracks von Rap-Hop-Songs. Nein, es sind Tracks von Rap-Hop-Songs. Ja, aber sie rappen doch. Apache rappt auch dem Song? Nee, ach so, stimmt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals sage, aber Apache ist dann wirklich nicht mehr allzu viel Rap. Ja, stimmt. Also, bei diesem Song jetzt. So. Was es nicht minder gut macht. Wir gehen jetzt von Apache, der in der... ist schon krass Rap, das kannst du jetzt nicht sagen. Krass Rap? Ja, also es ist schon... Es ist gerappt. Es ist auch harmonische Beats. Es ist vielleicht nicht Hip-Hop genug für dich, das kann sein. Es ist gerappt, ja. Ja. Aber das ist nicht krass Rap. Krass Rap ist, wenn Leute abflexen und so krasse Reime und so einen Scheiß bringen. Es ist gerappt, das wollte ich damit sagen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Mob-Deep-Samplenden... Was ist Rap für dich? Was ist Rap für dich? Zu Mob-Deep-Sample... Ja, hier, Manuelsen mit Huffenfehl und Twin, der Mob-Deep-Sample für den Beat. Quiet Storm, Klassiker von den Jungs aus New York. Ihr kennt sie alle. Ich habe gestern Nacht in meiner Reaction gestruggelt. Mir ist es nicht eingefallen. Ich habe nur diesen Bass gehört, weil am Anfang, wenn das Lied anfängt, hört man nämlich noch dieses... Und da habe ich gesagt, dass man das tontechnisch vielleicht hätte lieber rausarbeiten sollen, weil das den ganzen... Es ist sowieso der ganze Beat, die ganze Produktion ist tontechnisch... Ja, man muss sagen, das ist jetzt auch leider nicht das erste Mal, dass Manuelsen da ein bisschen Probleme hat. Also das war... Das ist mir neu. Leider ist es öfter in der Fall. Er hat sehr krasse Alben und Songs die letzten Jahre rausgebracht und ist ja auch ein begnadeter Musiker. Ja. Ein begnadeter Rapper und Sänger. Deswegen... Aber irgendwie hapert es da immer noch ab und zu am Sound. Ich fand auch in der Hook die Samples von Hafti, die da reingeschnitten wurden und wie die Hook einsteigt und aufhört. Da kam ein bisschen abrupt teilweise rüber. Ja. Aber insgesamt finde ich schon auch wieder nice, wie M-Punkt hier auf dem Beat rappt mit seiner brachialen Stimme und vor allem den Hafti-Part fand ich nice, weil da ein paar coole Zeilen drin waren auch, um nachzuvollziehen zu können, warum Hafti Dinge tut, wie er sie tut. Weißt du, er hat erläutert, dass er Leute von der Straße holen und zum Rapper machen. Das hat er von Manu gelernt quasi und man hat ja in den letzten Jahren gesehen, wie viele Leute Hafti dann und seine Leute, die er rangeholt hat, rangeholt haben. Also Aslaks, die haben ja komplett übernommen in den letzten Jahren und da werden auch immer wieder neue Jungs gesigned und ja. Das hat so ein bisschen Hintergrund geliefert. Es ist schon ein geiler Oldschool-Vibe so, also jetzt allein natürlich durch das Sample und generell versetzt es einen jetzt, wenn man aus Deutschrap-Fan-Sicht darauf blickt, so ins Jahr 2010, 2011 zurück. Da kam ja, Aslaks Stereotyp kam 2010. 2010, ne? Und in der Hook ist ja auch Aslaks Stereotyp Sample drin und Manuel war ja auch damals auf dem legendären Song dann mit der Pumpkan, war Manuel doch drauf, ne? Auf dem Hafti-Album damals. Also jetzt keine, die haben ja früher wesentlich öfter zusammengearbeitet. Also auch keine unbekannte Kombination. Ich finde auch Twin passt auf den Song, also das ist schon alles sehr, ja, Rap-Rap-lastig, sehr Straßen-Rap-lastig, dementsprechend auch mit einem sehr düsteren Video. Bisschen zu düster meiner Meinung nach, wenn ich mal reingrätschen darf. Äh, aber... Das Video oder der Song? Das Video. Das Video. Da ich, äh, qualitativ... Ja, das ist jetzt natürlich keine Revolution, äh, was die Optik angeht. Aber, ja, wie gesagt, tontechnisch, schade, ähm, produktionstechnisch, das, was du gesagt hast in der Hook, liegt vor allen Dingen, glaube ich, auch daran, dass das Sample dann eben eine komplett andere Tonlage hat als der Original oder als der Song, der dann da eben läuft. und deswegen reißt das einen so extrem raus, das ist dann auch ein bisschen zu hart reingecuttet. Äh, das fand ich auch ein bisschen schade, weil das so den Vibe ein bisschen rausholt, aber dadurch hat's auch schon wieder diesen richtig raw, ja, OG, raw, oldschool Charakter, weil's wirklich dann wie Straße klingt. Man hat das gar nicht. Ja, aber trotzdem kann man auch solche Sachen im Mixing und im Mastering nochmal gut aufpolieren. Äh, ist hier leider nicht der Fall gewesen, wahrscheinlich, so wie ich's gehört hab. Finde ich schade, weil das Problem ist, nicht, dass solche Songs so klingen müssen, sondern du hast Konkurrenz. Und wenn du dann, äh, auf YouTube ein paar Videos abklickst und dann dieser Song kommt oder wenn du auf Spotify ein paar abklickst, dann wird das schon eher negativ auffallen, weil er zum Beispiel leiser ist oder nicht so schön breit klingt und aufgemacht ist und so weiter. Das ist eher das Ding, dass die Leute sich ja auch an eine Qualität gewöhnen automatisch, wenn die, ja, das einfach in einer gewissen Qualität haben. Ich finde, das fällt einem auch extrem auf, wenn man heutzutage manchmal so Songs hört von vor sechs, sieben Jahren, wie da noch die Qualität teilweise war. Nicht nur bei YouTube, auch bei Spotify oder so, wo ja auch der ganze Backkatalog dann immer hochgeladen ist. Das ist schon krass. Also das ist einem damals natürlich nicht aufgefallen, aber daran sieht man auch, wie hier produktionstechnisch die Qualität extrem gestiegen ist und es gibt nicht umsonst viele Künstler, die einen krassen Backkatalog haben, wo dann aber bei Spotify bei den Alben, die, was weiß ich, älter als zehn Jahre, steht dann halt überall Remastered. Das hat schon seine Gründe. Ja gut, das mit dem Mastering, das ist so eine Geschichte. Das Mastering im Endeffekt macht ja bestimmt eigentlich nur die Lautheit des Tracks und, und, oder die Dynamik und in den letzten zehn oder sogar mehr Jahren gab es eben diesen langen Krieg von dem, der Lautheit, ja, also dieses Brickwall Limiting nannte man das eben auch, dass man so laut wie möglich fahren wollte. Da gibt es auch ein legendäres Album von Metallica, das so laut war, dass wenn man die Waveform, also die, ja, wenn man mit irgendeinem Audio-Programm oder Aufnahmeprogramm, kann man immer die Audiodatei ja dann irgendwie sehen und da hat man diese Waveform, diese Zacken und da hast du nur noch einen Balken gesehen. Das war wirklich nur so ein schwarzer Brocken wie mein Handy hier gerade, ja. Das heißt, es war einfach nur noch bis zur physikalischen Grenze laut gemacht, aber du hattest überhaupt gar keine Dynamik mehr. Du konntest die einzelnen lauten und leisen Parts dann gar nicht mehr unterscheiden. Gewisse Instrumente hatten auch keine Dynamik. Dieses Schlagzeug, das klingt jedes Mal gleich laut oder ist einfach gar nicht mehr, du nimmst es nicht mehr so richtig wahr. Das gibt es teilweise heute noch. Vielen Dank. Ich bemerke das immer wieder bei K-Pop-Songs, auch wenn das hier jetzt nicht unbedingt Thema ist, wobei es auch coolen K-Hip-Hop gibt, also koreanischen Hip-Hop, was ich auch viel auf meinem Kanal mache, dass die extrem laut fahren. Da verlierst du immer an Dynamik. Im deutschen Hip-Hop gab es da auch ab und zu mal ein, zwei Tracks, aber das ist nicht so oft der Fall. Aber dieses Remastered, um zurückzukommen, ist genau aus diesem Grund, weil man alte Tracks, die früher mal gemastert wurden, da hat man mehr auf Dynamik geachtet, das heißt, der Track war eben nicht so laut, sondern hatte mehr Dynamik drin, dass man, um das heute konkurrenzfähig zu machen, mastert man sie einfach nochmal, das heißt, die werden aber noch ein bisschen lauter gemacht. Okay, dann habe ich mir das falsch hergeleitet. Ich dachte, das wäre dann einfach, damit die Qualität besser klingt, der Sound besser klingt. Ne, so gesehen passiert da wahrscheinlich echt nicht mehr viel, dass die da nochmal viel aufpolieren. Das wäre dann, wenn dann ein Mixing gewesen. Im Mixing kannst du dann, wird dann eigentlich darauf eingegriffen, ob zum Beispiel einzelne Elemente der Instrumente oder Instrumente selbst dann eben in der Lautstärke angepasst werden, im EQing, also in den einzelnen Frequenzen angepasst werden, sowas wie Reverb, also Hall, Delay, Verzögerung und diverse andere Effekte machst du alles im Mixing, teilweise auch schon im Produktionsprozess vorher, aber im Mastering vor allen Dingen geht es eigentlich nur um Dynamik und Lautheit und auch sowas wie so Breite, also Stereo-Bild und so kann man da alles auch noch machen. Das Verhältnis zwischen dem Instrumental und dem Vocal, sowas macht man da, aber vor allen Dingen eben Lautheit und Dynamik und deswegen gibt es die Remastered-Version. Da kann man auf YouTube auch gerne mal gucken, zum Beispiel Beatles-Songs. Die werden ja auch alle paar Jahre geremastert, weil alle paar Jahre die Gesamt-Louch Das Medium sich auch ändert, wo das gespielt wird. Auch nicht deswegen, sondern weil wirklich die Konkurrenz einfach immer lauter geworden ist. Aktuelle Songs, wenn die dann rauskommen, sind die einfach tausendmal lauter als ein Song, der in den 70ern produziert wurde oder in den 80ern. Und dann ist es nur um das noch quasi aufs gleiche Level zu bringen und immer noch konkurrenzfähig zu machen, macht man die dann einfach lauter. Und das versucht man eigentlich gerade auch wieder ein bisschen zurückzurudern, aber es ist immer so ein Ding. So ein Hin und Her, ja. Haben wir was gelernt hier. Ja, so. Wollen wir dann jetzt zu Tour übergehen oder zu dem Untergrund Slot? Ganz kurz noch bei Manuel. Achso, ja. Young Mesh hat es produziert. Young Mesh aus Duisburg, der ja auch extrem viel für Case in Summer gemacht hat die letzten Jahre, aber jetzt auch schon für Manuel einiges und für Elias hat der, glaube ich, auch viel gemacht auf dem Album. Fast das komplette Ding. Waren, glaube ich, zwei, drei von Judy und den Rest war Young Mesh. Mein ich. Video von All Different und auch unser Kameramann Bayer hat daran mitgewirkt. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, das wollte ich hier noch kurz gedroppt haben. Ja, wolltest du auch noch was sagen? Zu Manuel? Ja, du warst sehr überrascht, dass ich jetzt weitergehen wollte. Ne, so schnell zu Netour. Okay, ne, Underground dachte ich so schnell. Ja, ich will den nicht immer ganz ans Ende schieben, weil es ja, kriegen noch ein paar Leute das auch mit. Okay, sorry. Dann mit der Pumpgun hatte ich übrigens richtig im Kopf, war Manuel auf Haftbefehlalbum damals und massiv war auch noch auf dem Track. Oh. So. Legendärer Song. Dann kommen wir jetzt zu einem, den viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben werden, nämlich Shogun. S-H-O-G-O-O-N. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber er hat heute seinen Song Alte Cartoons veröffentlicht, mit sehr vielen popkulturellen Referenzen, wie der Titel schon vermuten lässt. Da geht es um diverse Dinger, die wir halt alle aus unserer Kindheit noch kennen, also manche zumindest so. Ich weiß nicht, was du in deiner Kindheit geguckt hast. Du meintest gerade, dass du zu echt schon deinen ersten Kuss hattest und so weiter. Vielleicht war ich einfach nur sehr jung. Ah, okay, okay. Vielleicht war deine Frage die falsche. Ja, okay, er war früher ein Player. Ja, das ganze Ding passiert auf so einen Seer. Nee, 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 ich möchte jetzt schon wissen, was er im Fernsehen geguckt hat. Ich überlege auch gerade, was habe ich denn im Fernsehen geschaut, was lief denn damals? Äh, Kickers, nee. Ja, hier mit Dings, boah. Kickers, hieß es nicht Kickers? Hieß es nicht? Mit Gregor, mit Gregor und dem dicken Sascha und. Ja, ja, ja. Was noch? Boah. Ja, später halt, als man dann irgendwann in der weiterführenden Schule war, One Piece und der ganze Kram so. Ja, One Piece habe ich auch noch geschaut. Äh, Looney Tunes wird auf jeden Fall gedroppt hier in alte Cartoons. Ja, Mann, ja, ja, stimmt. Looney Tunes. So ein Shit. Ja, komm, siehst du, wir sind schon noch alle eine Generation. Thundercat, das ist sehr alt gewesen, das habe ich aber noch mitbekommen, so halb. Kennt ihr das noch? Ich kenne CatDog. Oh, ja, das habe ich auch noch gesehen. Das war irgendwie weird. Das war total bescheuert, wenn du das jetzt noch mal reinziehst, das ist einfach so ein Viech und am einen Ende ist ein Katz und dann... Das ist total komisch gewesen. Ja, ich war dann schon eine Generation später. Du hast CatDog nicht mehr mitbekommen? Also sag mir was, aber ich habe es nicht geguckt. Das war auch komisch, Mann. Das konnte man gar nicht gucken. Das war nichts für Kinder. Ja, aber trotzdem, das lief dann immer da einfach im Kinderprogramm und du hast jeden Scheiß einfach reingestellt und wurdest dann da sofort im Fernseher geparkt und dann saßt du da so fünf Stunden und hast dir einfach alles angeguckt, was ist da lieb? Da war Rockos modernes Leben und so dran, Alter. Rockos modernes Leben, Alter. Aber es gibt doch generell... Wie hieß dieser Football-Kopf nochmal? Ah, hey Arnold. Boah, das ist auch ganz komisch eigentlich. Ganz komische Serien, Mann. Generell, wenn man sich heute manchmal noch so Kinder-Serien anguckt, jetzt nicht nur aus der Zeit, auch was danach noch so kam, ist voll verstörend, weil man manche Sachen auch damals nicht gecheckt hat. Also extrem ist das auch bei Spongebob. Da gibt es ja eh ganz wilde Theorien, dass ja auch die Hauptcharaktere von Spongebob so die sieben Todsünden darstellen sollen. Das zum Beispiel ist eine Theorie. Und ja, dass auch viele sexuelle Anspielungen in der anderen sind. Disney ist ja berühmt dafür. Einmal guckt angeblich Spongebob auch ein Porno. Da guckt er so einer Koralle zu. Er guckt so nachts Fernsehen so alleine und dann guckt er so einer Koralle zu, die sich da so bewegt im Fernsehen und der guckt so immer begeisterter und dann kommt Gary rein und der schaltet so ganz schnell um. Und solche Sachen hatten wir damals gar nicht gecheckt. Ja, aber das kriegt Disney echt gut hin, dass sich halt auch Erwachsene, wenn ja mit ihren Kindern die Dinger gucken, dass sie trotzdem noch Spaß da drin haben, weil da ein paar Jokes drin sind, wo du denkst, Spongebob war jetzt natürlich nicht Disney, ne? Ja, ja, nee. Aber der Schöpfer ist doch letztes Jahr gestorben, glaube ich, von Spongebob, ne? Steven Hillenburg. Ja? Ich meine, der ist letztes Jahr gestorben. Du bist der Spongebob-Experte hier. Rest in Peace, der hat mir eine sehr schöne Kindheit beschert. Bernd das Brot? Alter, jetzt kommen wir hier. Und Briegel der Busch. Aber guck mal, genau dieses ganze Gefühl, dieses in alten Erinnerungen, in Nostalgie schwelgen und so, das wird halt hier auch in einem Song aufgegriffen. Irgendwie diese Cartoon stehen auch, glaube ich, für so einen Platz, wo man wieder hinkommen kann und sich wohlfühlt und so. Es geht da um... Er meint ja... Ich glaube, ich weiß nicht, ob es quasi ein Song über das Jetzt ist und das Zurückkommen und sich wieder so zetteln und mit den Homies rumhängen nochmal zu Hause bei Mama und so einen Scheiß oder ob es quasi Erinnerungen sind. Dafür müsste ich jetzt nochmal genau hinhören. Aber, ja, ich habe den halt euch empfohlen und wollte ihn hier empfehlen, weil dieser G-Funk-Vibe sehr schön da verpackt ist. Ich finde auch, der reimt ganz gut und hat ein bisschen eine interessante Wortwahl, ein paar Lines, die auf jeden Fall hängenbleiben können und so. Also, interessantes Ding auf jeden Fall. Ja, also mir ist auch direkt dieser G-Funk-Sound ins Ohr gefallen. Sehr, sehr cool. Auch insgesamt produktionstechnisch, musikalisch und tontechnisch auf dem absoluten Profi-Level. Also es ist jetzt irgendwie kein Underground, der irgendwie, der klingt weniger, also weniger Underground als Manuel Sons Song, der aktuelle. Aber nur vom Sound her, also vom Soundtechnisch. Bars gedroppt. Nennt man das so? Okay. Man kann es so nennen. Ja, aber ist nicht... tontechnisch oder soundtechnisch und wirklich sehr, sehr gutes Level. Fand ich gut. Jonas, was hast du zu dem Ding? Okay, Showgun hat 1600 monatliche Hörer auf Spotify. Lass das mal ein bisschen nach oben drücken. Der Boy ist nämlich gut unterwegs. Dir ist noch was am Cover, glaube ich, aufgefallen. Ja, aber das ist Nitpicking, nennt man sowas. Ich fand es halt nur witzig, dass der Sound ein totaler G-Funk-Sound ist, aber dann das Cover ist auch nur von der Single, ne? Single-Cover ist dann da irgendwie japanische Schrift drin und sein Name ist Shogun, was ja auch irgendwie... Die Schrift sieht ein bisschen aus oder generell das Ding so mit dem blauen Cover und der gelben Schrift da drauf, wie die Shindy-Sweater damals zu Dreams. Ah, ja, genau. Und, äh, ja, ja. Okay. Wobei der Shindy-Cover wiederum ja auch sehr an, äh, Dings angelehnt war von Drake. Next. An was? Next. Ach so. Nächster Song. Es waren da schon ein paar. Können wir schon ein paar abhandeln. Ja, äh, ich hätte hier noch im Angebot Tour. Wollen wir den dann machen? Tour war krall. Ja. Ich wollte erst krass, dann geil sagen, jetzt wird Keil da raus. Krall. Genau, war krall. System. Fette Produktion. Sehr, sehr geiler Vibe auf jeden Fall. Ist eine ganze EP, ne? Sehr geil produziert. Äh, nee, 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 ähm, die zwei, heute quasi als Neuerscheinung auf Spotify steht die EP, aber die beiden anderen Songs, die dabei sind, Ah, gab's schon. Die sind schon vor zwei, drei Wochen oder so rausgekommen. Ah, okay. Äh, ich glaube Legenden und noch irgendwas, wenn ich mich nicht täusche. Tour ist ja sowieso, äh, ein Wahnsinnsproduzent, äh, der auch so vielseitig, äh, so präzise und explizit in den Sounds, die er macht, das ist schon wirklich fantastisch. Also ich bin ein riesen Tour-Fan, was da produktionstechnisch geht. Äh, finde ich auch cool, dass es so ein Level gibt im deutschen Sprachraum, wenn man das so sagen kann. Würdest du sagen, Tour ist unerreicht in Deutschland als Produzent? Nee, das, ja, das, so Aussagen finde ich eh schwierig, weil jeder seine eigenen Stärken hat. Das ist, äh, einfach genauso, wie ich gerade über Alexis Troy oder von Alexis Troy geschwärmt habe. Ähm, ist Nintendo auch, hat er seine Stärken und, äh, Mixo MacLeod er genauso. Also es ist schwierig. Jeder hat so seine eigenen Stärken und seinen eigenen Sound irgendwo und kann auch diverse andere Sachen fahren. Äh, sind dann auch in Teams. Bei Tour ist es halt, ähm, sehr spannend, weil er wirklich dieses Autodidaktische, alles alleine und alles selbst und sehr lange an diesen Sounds dran rumfällt. Das ist jetzt kein persönliches Wissen. Ich kenne ihn leider nicht persönlich, noch nicht vielleicht. Ähm, aber ich habe das in vielen Interviews immer wieder verfolgt und, äh, das erinnert mich tatsächlich, äh, ich habe es vorhin bei Alexis Troy so ein bisschen spaßeshalber gesagt, aber das erinnert mich wirklich sehr stark an mich, dass ich das eben auch sehr gerne mache, da Sounds ausfallen und, äh, jahrelang quasi an Dingern irgendwie rumdrehen, ohne dass die irgendjemand hört und dann doch irgendwie wegschmeißen. Das ist einfach die Liebe zum Sounddetail, zur Musik, äh, hört man aber auch krass bei ihm raus, finde ich. Es ist halt nichts für den Mainstream. Er weiß, aber wie Mainstream funktioniert, das, äh, kennen wir ja von anderen Produktionen, vielleicht nicht unbedingt auf seinen Alben oder unter seinem Namen released, ähm, aber, ja, fantastischer Produzent. Finde ich super. Und ich fand es auch lyrisch wieder relativ interessant, so, der befasst sich halt wieder viel mit der Vergangenheit und Leuten, die früher mal seine Feinde waren und überlegt sich halt, okay, äh, wie sehen die das jetzt heute und wie sehe ich die oder beziehungsweise ich sehe die gar nicht mehr. Also, eine Abhandlung quasi mit den Hatern von damals und wie er jetzt seinen Weg gemacht hat und, ne, komplett out of sight von denen ist oder die von ihm. Ich finde auch, sehr, sehr geiler Song. Ich bin jetzt nicht so der Torhörer an sich, ähm, aber der hat mich auf jeden Fall auch gepackt, also durch die Produktion alleine schon, ne. Also, wenn man sich da drauf einlässt oder wenn er das catcht, dann ist man ja auch direkt, er saugt einen richtig auf mit dieser Produktion, weil es halt, weil es halt so eine Atmosphäre hat und auch so außergewöhnlich ist, aber jetzt auch nicht zu abgespaced, dass man sagt, okay, da fährt einer voll den Kunstfilm, aber das kann sich ja kein Mensch mehr anhören, das gibt's ja auch manchmal. So Sachen hat er auch. So Sachen hat er auch, aber in dem Fall war es jetzt noch auch so musikalisch, dass es auf jeden Fall auch trotzdem gut ins Ohr geht, aber eine komplett eigene, ein eigener Style ist. Ist auch, also dass es lyrisch auch drauf hat und das Ganze dann eben auch mit seiner Produktion verbinden kann, das ist die, die eine Nummer von ihm, die hieß auch Vater, ne? Vater war krass. Das war unfassbar. Wer das Interview mit Jonas und mir dann schaut, der kennt dann vielleicht auch die Verbindung, die ich dann habe, vielleicht mit Elternteil und so. Das fand ich so krass, da hatte ich auch echt nasse Augen. Beim ersten Mal hören, das ist unglaublich, so etwas in Deutschland zu hören, auf so einem Level mit so viel echter Emotionen. Das war, ich kann das nicht mal beschreiben, ihr merkt das gerade, mir fehlen die Worte, aber ich fand das wirklich unglaublich. Aber auch der Beat, wie die Sounds da drin gewählt waren und so, einfach diese bedrückende Atmosphäre, die die Lyrics haben, die hat sich auf eins zu eins so im Beat wieder gespiegelt. Während ich das erzähle und wie drüber reden, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper, weil der Song ist so bei mir hängen geblieben, das ist wirklich super stark. Ich hätte, das ist auch etwas, was ich jahrelang auch schon versuche, so einen Song zu machen, weil ich finde diese Thematik extrem schwer und dass er das geschafft hat, das bewundere, allein das bewundere ich, ich habe den vorher schon bewundert, aber das war für mich so, wow, das ist wirklich, ich kriege das in mein Hirn nicht rein. Also größten Respekt dafür, Tua. Du warst da auf dem Album im Frühjahr, auf dem Album Tua, drauf waren auch noch andere Dinge. Du hast wahrscheinlich gehört, Bruder 2 fand ich mega heftiger Storyteller, einfach nur. Ja, 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 oh, ja, ja, das ganze Album, das Video auch wieder, ja, das war zu, das war nicht zu Bruder 2, das Video war zu Vorstadt. Vorstadt dieses, Vorstadt, genau, wo er quasi auch drei Parts hat, der erste Spiel 20 Jahre in der Vergangenheit, der nächste 10 Jahre in der Vergangenheit und der letzte dann in der Gegenwart. Genau, das war mega geil. Da hat der lyrische Dinger drauf gehabt. Und ganz ehrlich, da verstehe ich nicht, sorry, dass ich das unterbreche, aber da verstehe ich nicht, warum sowas nicht erfolgreicher ist? ja, nicht mehr vom Mainstream aufgefressen wird, weil das war wirklich in allen Leveln so unfassbar gut. Und auch, auch Vater, Alter, das ist immer, wenn du, sowas gibt es ja auch schon, dass man sowas in der abgeschwächten Version dann mal irgendwie so total kitschig dann schon wieder fast hört oder so. Warum dann nicht das? Das war auch musikalisch. Ja, Leute wollen sich wohlfühlen halt. Ja, es ist ja zum einen keine Wohlfühlmusik und wenn solche Themen behandelt werden, wird es ja viel oberflächlicher und viel leichter bekömmlich. Ja, genau. Okay, der meint wegen Vorstadt. Das hätte er auch, das war ja genau, jeder, der die Musik hört, aus dem Genre kommt oder auch nicht, der wird das nicht. Ja, aber das ist zu lyrisch dafür. Genau, zu viel lyrischer Input. Zu lyrisch, zu deep, zu viel darauf geachtet, wie die Reime gesetzt werden. Er ist einfach zu gut, um erfolgreich zu sein. Kein Scheiß. Ey, guck mal, die ersten beiden Parts bei Vorstadt. Der erste, wie er halt noch so ein bisschen in der Opferrolle war, der zweite, wie er dann Seiten gewechselt hat und dann im dritten, wie er sagt, die Stress miteinander angefangen haben, gehe dazwischen, mache auch vernünftig und ey, ultra krasses Bild. So, mega heftig. Oder ich fahre zu Stellen, wo ich früher mal war und gucke, sind die anderen noch da oder bin ich selber noch da und so, ey. Ja, Tu hast das. Wunderbar. Wirklich schön. Schönes Ding. Oh, fast festgestellt. Ja, da werde ich ganz anders drauf. Ja, das ist so. Berück dich. Also, Grüße gehen raus an Tuha. Meld dich mal bei mir. Danke. Next. So, ich hatte Sinan G. Genau. Ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, was mir noch eingefallen hat zu Rin und Bowser. Es klingt an einer Stelle oder ein wiederkehrendes Element, klingt so, als hätten die den Sound gesampelt, wie wenn Airpods sagen, dass sie gleich leer sind. Ah, ja, 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 Kennst du den Sound? Ich habe die Airpods nicht, aber das haben Leute unter das Video in die Kommentare geschrieben. Ach, haben wir echt? Ich dachte so, ey, bin ich jetzt behindert? Weil mir ist das aufgefallen, weil ich habe Airpods und wenn der Akku irgendwann leer geht, dann kommt halt so ein Sound und es könnte sein, dass sie das gesampelt haben. Ja. Oder zumindest, dass es daran angelehnt ist. Ja. Und ich weiß, aus den Storys von Rin weiß man, dass er auf jeden Fall auch Airpods hat. Ich glaube, er hat irgendwann im Sommer eine Story gemacht, dass er sich gerade sein drittes Paar Airpods holen muss, weil er seine ständig verliert. Ja. Also er wird den Sound auf jeden Fall kennen und vielleicht hat man das darin wiedererkannt. Ganz kurzer Side-Fact bei den Samsung Galaxy Buds. Wenn man die verlegt, dann kann man von der App aus die einen Ton starten, dass die immer lauter werden, wenn die irgendwo rumliegen und dann kannst du sie wiederfinden. Also Apple und Samsung sind beide super. Ja. Für mich nicht beide. Sinan C. Ja, Sinan. Komm. Finde ich einer der stärksten Sinan-Songs auf jeden Fall, die ich bis jetzt gehört habe. So auch lyrisch. Vor allem lyrisch. So weißt du, er bietet immer ein bisschen mehr an. Ja, das schließe ich mich an. Also er ist ja an sich ein absoluter Street-Rapper, hat jetzt aber auf seinem letzten Album und auch jetzt bei den ersten Singles zum kommenden Album ist er dann auch mehr ein bisschen so in die Hit-Richtung gegangen, hat viel mehr auf Ohrwimmer gesetzt und auf lockere Sounds, ein bisschen sommermäßig. Gut, der ist ja jetzt aber auch vorbei der Sommer und deswegen hat er den wohl persönlichsten Song seiner Karriere rausgehauen. Hinter blauen Augen, ja, viele Deutschrapper oder Deutschrap-Hörer werden natürlich auch an Flair denken dabei. Sinan und Flair sind ja auch inzwischen cool, also das wird da wahrscheinlich keine Streitigkeiten gegeben haben. Auf jeden Fall nicht. Flair hat ja den Song auch gepusht, aber er ist ja auch einfach eine Übersetzung von Behind Blue Eyes, Fred Durst, den er da ja auch, kann man ja sagen, die Hook ist ja eigentlich so gecovered. Also die werden bestimmt auch ein bisschen Geld von den Einnahmen bekommen, oder? Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Da kann man schon eher wirklich von einem Cover sprechen als bei Rin und Bowser. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr abge... oder angelehnt, sag ich mal. Es ist fast eins zu eins. Es ist fast ein Cover, ja. Selbst der Titel ist ja so, ich war ein bisschen überrascht, aber vielleicht habe ich einfach die letzten Jahre ein bisschen weniger Sinan-G gehört als ihr, weil für mich, ich habe den bei mir im Kopf so als den gerade aus dem Knast noch und richtig Straße und Gangster und Hass auf alle und Akro und so. So ist er bei mir im Kopf und so fand ich den auch cool. Ich war ein bisschen irritiert, weil es ist ja so eine richtig super popharmonische Nummer und ich kenne das Original auch und es war so ein bisschen so, hä, Sinan-Story, okay, wenn das, ich weiß nicht, ob das jetzt eine persönliche Story ist. Ja, ja, der war ja auch im Knast und das hat er jetzt halt darin so ein bisschen verarbeitet. Ja. Also er hat das ja, er hat ja viele Knastreferenzen, weil er ja auch schon mehrmals hinter Gittern war. Genau, aber da ist ja einiges so, er liegt ja dann irgendwie dann erschossen im, 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 genau, er ist ja quasi auch auf seiner eigenen Beerdigung und guckt dabei zu, wie die Leute um ihn trauern und auch seine Eltern um ihn trauern und, ähm. Also noch ein bisschen was dazugemischt noch zur eigenen Geschichte. Ja, ja, klar, das ist dann metaphorisch. Das ist okay, also lyrisch fand ich es auch gut, aber ich fand das ein bisschen irritierend, ihn den, in der Rolle zu hören, den breiten, stabilen, Ginnan C., wie die Keller GmbH-Jungs immer schön sagen, Grüße gehen raus. Mois ist auch im Video, also sagt er. Mois ist auch im Video, einige der Jungs sind im Video, da war ich ein bisschen überrascht, ihn auch vor so einer kommerziellen Nummer zu hören, aber ich, vielleicht habe ich ihn einfach die letzten Jahre Also er ist auf jeden Fall, seit er jetzt, er war ja auch durch, Dogs of Berlin hat ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen und generell auch seine Mucke da, also er hat deutliche Fortschritte gemacht, das sagen auch alle. Safe, ja. Sowohl jetzt aus der Szene hört man das, als auch in den Kommentaren Leute sagen, ey, du hast dich krass gesteigert, seit du wieder am Start bist und er hat da schon die letzten Male wesentlich mehr in Richtung Pop gemacht. Okay, da fällt es jetzt natürlich besonders auf, dadurch, dass es auch eine Art Cover ist, wie wir schon meinten, Limbiscuit hatten das auch mal. Ja, ja, genau. Fred Thurst. Ja, aber The Who hatten das auch ursprünglich. Ach, okay, jetzt, jetzt, da bin ich raus. Ich dachte, das wäre Original tatsächlich von Limbiscuit gewesen. Äh, nee. Also ich, ich kenne es noch von Limbiscuit beziehungsweise Fred Thurst. Ja, ja. Der hat das ja als Solo-Artist damals rausgebracht, meine ich. Also nicht unter Limbiscuit, sondern wirklich Fred Thurst. Ah, doch, Limbiscuit? Ja, ja, das war von Limbiscuit. Ah, okay, ich dachte, er hätte es damals als Fred Thurst sogar rausgebracht. Ah, tatsächlich, ist ein Lied von The Who aus dem Jahr 1971. Ah, ja, ja. Aber genau so, ja, doch. Das Lied wurde von zahlreichen Musikern gecovert. Die erfolgreiste Version stammt von Limbiscuit aus dem Jahr 2003 und wurde 2019 getoppt von Sinan G. Ne, davon gehen wir jetzt davon gehen wir jetzt nicht aus, aber ich finde, er hat es cool umgesetzt. Ja, aber nur, weil er es auf Deutsch macht. Sonst hätte er natürlich die Chance, wenn es auf Englisch gewesen wäre, international zu konkurrieren. Genau. Da hat er sich mit der Sprache sich selber eingeschränkt. Genau, hat er Grenzen gesetzt. Ja. Gut. Gut. Next. Wen haben wir denn hier noch? Also ich habe auf jeden Fall ein paar, die ich geil fand, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Ich hatte dir, Rahim, eben noch das Ding von Dizzy mit Mord oder M-O-A-T und Tide Il gezeigt. Der Song heißt Du hast mein Herz im Darkness verkauft. Ja, ja, ja. Fand ich cool. Allein der Titel richtig cool. Ich habe es jetzt leider nur auf der Boombox gehört, deswegen kann ich tontechnisch nicht viel sagen, aber der Titel und der Viper. Aber die Boomboxen sind gut. Die sind gut für Spaß, Musik hören, aber nicht um das tontechnisch zu analysieren. Das stimmt. Dizzy ist auf jeden Fall auch immer krass, was die Beats angeht. So, der macht nie irgendwas oder der hat nie irgendwelche Dinger, die so Stangenware sind und jetzt auch hier, weißt du, der ist in der Hook komplett anders. Die hat mich so ein bisschen an ein Bilderbuch erinnert. Ich glaube, die Hook ist von M-O-A-T oder Mord. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Mord. Und die ist halt so sehr zuckrig, süß, klebrig. Wie amerikanische Süßigkeiten. Metaphorisch auszudrücken. Und die Parts sind dann aber ganz anders instrumentiert. Also das ist schon wieder allein der Titel. Du hast mein Herz im Darknet verkauft. Ich hab's eh nicht gebraucht und so weiter. Ja, das sind so viele, ja, weiß nicht, Level an Zeitgeist und weiß ich nicht. Also die neue Generation. Das ist schon, finde ich, sehr kreativ. Sehr, sehr cool. Sehr geil. Ja, Mann. Aber Dizzy-Song ist immer sehr kreativ. Auf jeden Fall mal abtöcken. Leider auch voll unterm Radar. Produziert von Tom Palk und Lai Raw steht hier auf YouTube. Okay. Next. Ja, hast du noch was? Ja, ich hatte noch bei mir auf jeden Fall auch reagiert auf, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht, oh, Katja Krasawitze. Wow. Übrigens auch in der Modus Mio-Playlist, glaube ich, mit drin. Ja, krass. Ich hatte gar keine Zeit, um mir den Song anzuhören, leider. Den habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Okay. Leider, leider. Nee, Alter, jetzt bin ich gespannt. Okay, erzähl mal. Aber ich warte, mein Tipp ist, dass es sauber produziert, weil locker irgendein Major-Label dahinter steckt, weil einfach eine Frau, die eine große Reichweite hat. Das mit dem Major-Label, das weiß ich gar nicht. Ich gucke das eben mal nach, während du viele Sachen dazu sagst. Produziert ist es von Luke Rye, Mix auch von Luke Rye, Master von Lex Barkey, also ein Bekannte. Ja, von Hip-Hop, eben. Deswegen habe ich es auch mit reingezogen, weil sie da irgendwie doch, ich glaube, Ja, bestimmt nicht für die Klicks mit reingezogen, ne? Nee, das ist auch das Underground-Ding. Also ich meine, Katja, das Ding ist, Katja war jetzt schon zweimal bei mir auch im Studio und sie ist eine absolut sympathische Frau und da kommt, ich weiß nicht, nächste, übernächste Woche kommt auf jeden Fall noch was bei ihr auf dem Kanal, glaube ich, was wir eben bei mir im Studio aufgenommen haben, also dürft ihr gerne verfolgen. Kommen über Warner Music übrigens. Ah, okay. Nee, sie ist eine absolut sympathische Frau, ich finde sie wirklich toll und sie hat auch vor dem Mikrofon bei mir sehr gut performt, also da steckt viel, viel mehr dahinter, als man ihr, glaube ich, auf den ersten Anblick, wenn man ihr vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, YouTube oder Instagram folgt, denkt. Deswegen sehr, sehr stark finde ich es doch tatsächlich, was sie macht und ich finde aber die Version, die wir aufgenommen haben, von dem Song fast besser als die, aber nur, weil es ein anderer Genre, Genre-Stil ist, aber das kann man dann noch sehen in Zukunft, aber der Song ist auch sehr, sehr cool und die anderen Songs waren das Album. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf das Album, da waren starke Songs. Ist jetzt nicht direkt Hip-Hop, aber irgendwie, ich meine, der Manager, der hat ja schon andere Hip-Hop-Größen groß gemacht. Trilon. Jetzt erwischt uns hier. Ah, Ach, Trilon macht das? Ja. Ah, krass, wussten wir gar nicht. Ja. Und, ja, kennen wir ja. Also ich wäre jetzt auch von diesen Vorurteilen ausgegangen, dass sie wahrscheinlich nicht die ganz große talentierte Musikerin ist und dass da sehr viel über die Produktion im Nachhinein durch die Leute, die den Beat und das Mixing und Editing und was auch immer machen, passiert. Das Ding ist, man kann schon natürlich einiges machen, aber man kann jetzt nicht eine komplette Stimme modellieren, dass es immer noch menschlich klingt. Das kommt schon noch von ihr und das, oder von den Menschen jeweils dann eben selbst und bei ihr ist tatsächlich sehr, sehr viel da. Sie macht das ja auch noch nicht so lange, aber ich fand das wirklich gut, was sie geleistet hat. Ja, also wirklich kein Scheiß, auch wirklich super umgänglich, super liebe Frau, Wahnsinn. Also ich bin echt überrascht. Wie gesagt, sie war schon zweimal da und das ist nämlich, glaube ich, auch das Ding. Man unterschätzt sie, das ist so ein bisschen, ich habe das früher bei Verona Feldbusch immer gerne beobachtet, dass sie auf Dummchen machen, aber eigentlich echt eine starke Taffel, sehr clevere Frau zu sein, dass es funktioniert. Genau, weil alle das verschlafen dann. Ja, es ist manchmal ein bisschen schade, wobei das entscheiden ja in der Regel dann solche Leute selber. Die sind nicht, umsonst irgendwie da, wo sie halt sind. Da muss schon auch irgendwas dahinter stecken. Ob man das dann gut findet oder nicht, das sei mal dahingestellt, jetzt nicht nur bei ihr, sondern generell, aber dass dann halt solche Leute, jetzt natürlich auch nicht jeder, oft dann doch wesentlich mehr drauf haben, als man vielleicht denkt, aber es einfach deren Image ist und deren Ding, sich so oder so darzustellen, ist ja auch alles verkaufsmaß. Man muss aber auch einfach mal überlegen, das ist ja jetzt, die macht das ja auch nicht seit gestern, also sie ist ja schon so lange auf dem Bildschirm, auf vielen Plattformen und Medien und jetzt auch in der Musik hat sie wirklich ja Nummern rausgebracht, mehrere Nummern, die wirklich sehr erfolgreich waren, die in den Trends waren. Sie bringt jetzt ihr Album raus, eine Box mit vielen tollen Sachen drin und so weiter. Das ist ja nichts, was du mit nur ein bisschen heißer Luft hinkriegst. Das schaffen Leute klar mal, aber das ist immer eine kurze Zeit. Überlegt mal, Bibis Beauty Palace, sie hat es ja auch versucht mit Musik und das war, gut, das ist jetzt auch das beste Beispiel, aber das ist ja komplett nach hinten losgegangen, also da kann man auch, aber sie hat dafür in anderen Bereichen, Business-Bereichen, Erfolg ohne Ende. Da kann sich jeder von uns vielleicht noch eine Scheibe von abschneiden, aber da sieht man, dass das irgendwo scheint das ja auch ihr zu liegen, also der Katja und auch etwas zu sein, was ja wirklich funktioniert, wo auch Arbeit, wo sie viel Arbeit reinsteckt und so, also ich finde das wirklich respektabel, mal abgesehen, wie sie sich jetzt vielleicht unbedingt verkauft oder nicht verkauft, finde ich schon stark. Next. Ja, ich würde sagen, wir konnten es noch schnell durchlaufen, oder? Vorher, machen wir den, sollen wir den immer machen, weil das sind heute über 45 Dinge. Schön, dass du sagst, ich wollte es jetzt nämlich nicht sagen, vielleicht können wir eh gucken, dass wir in Zukunft einfach das, was weiß ich, geht das überhaupt alles in, geht das alles in die Beschreibung? Ich packe den Link zu dem Artikel, wo ich immer alle Songs und Releases drin habe, einfach in die YouTube-Beschreibung. Ja, weil das war jetzt hier doch die letzten Male dann ein bisschen zu ausatmend. Ey, es eskaliert komplett, aber ich habe auf jeden Fall... Und man muss, ganz kurz, man muss ja auch sagen, ist jetzt, weil jetzt wirkt das vielleicht so, jetzt sind die faul, aber Leute, es bringt auch, also wir erwähnen ja dann auch wirklich sehr, sehr viele kleine Künstler, aber die merkt sich ja eh keiner, das bringt ja nichts, wenn wir hier 34 Stücke hintereinander runterrattern, das gibt den Leuten dann auch kein Spotlight. Insofern wäre es da vielleicht echt die bessere Lösung, bevor wir jetzt hier wieder so in diesem runterrattern. Ich muss mich ja auf jeden Fall auch noch ein paar, muss ich mir noch rauspicken, zumindest einen Shoutout geben, weil... Einen ganz großen habe ich eigentlich noch, den habt ihr alle nicht auf dem Schirm. Ganz großen? Mhm. Jetzt... Den King of Rap eigentlich. In Deutschland? Ja. Also jetzt kommt locker ein richtiger... Was meint ihr, das ist kein Joke, es ist ernsthaft. War ein Release heute tatsächlich, Tim Bensko, nicht King of Rap, aber hat er als Feature cooles Savas. Wow, habe ich nicht auf dem Schirm, aber das klingt nach einer extrem unangenehmen Nummer. Hat er sich verkauft, meinst du das? Hast du schon gehört? Ja, der Savas, der kann ja schon auch diese Parts so, ne, der hat ja schon häufiger auch diese Parts mit auf irgendwelchen Popsongs gedroppt. Aber hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass Tim Bensko sich Savas oder Savas auf einen Tim Bensko-Song so ist, finde ich schon... Aber irgendwo passt es auch. Irgendwo passt, ja, ja. Aber hätte ich nicht dran gedacht. Sei es jetzt mit Xavier Nardoo oder mit Ray Garvey, also das ist jetzt... Ja, aber mit Xavier ist ja was anderes. Aber bei sowas... Ja, aber es ist jetzt auch nicht komplett abwegig, dass Savas sowas macht. Ich stelle mir das eher so vor, dass so ein Tim Bensko dann halt auch vielleicht mit Savas aufgewachsen ist und den immer mal wieder gehört hat. Moment mal, Tim Bensko war doch auf Märtyrer. Oder nicht? Bro, keine Ahnung. Auf dem Intro macht Tim Bensko doch die Hook. Das weiß ich nicht. Stimmt. Ich war überrascht. Aber es hat sehr gut gepasst, auf jeden Fall. Fand ich eine stimmige Nummer, wenn man halt auf Tim Bensko... Gut, dass mir das jetzt noch einsteht. ...steht oder ihn gerne hört. Ähm... So. Ja, Tim Bensko ist auf dem Intro von Märtyrer. Okay. Und das, muss man sagen, äh, war ein geiles Intro und da hat auch Tim Bensko seinen Teil dazu beigetragen, dass, äh, dieses Intro sehr nice war auf Märtyrer. So, dann droppe ich mal die erste, die ich ganz gerne erwähnen würde. Das ist die P. Auseinander geschrieben, einfach nur die und dann der Buchstabe P. Äh, ist, glaube ich, eine Rapperin aus Bonn. Auf die bin ich aufmerksam geworden über Quam I, den ihr wahrscheinlich auch schon beide mal irgendwo, gehört haben solltet. Und die macht auch so Oldschool-Vibing-Sound. Hat jetzt, glaube ich, den ersten Track seit anderthalb oder zwei Jahren oder so gedroppt. Der heißt Alle Reden. Den fand ich sehr nice. Also wirklich so Kopfnicker-Shit. Ich weiß nicht, äh, ob's in Deutschland. Ich hab von eine Rapperin, die halt diesen Vibe macht, ist mir einfach spontan keiner eingefallen und sie macht sehr gut. Zumindest in der jetzt, in der aktuellen Zeit. Ja, genau. Also Kopfnicker ist ja eh, äh, äh, kommen vielleicht gerade paar, wieder ein paar, aber, ähm, rar. Ja, also, Shoutout, die P. Kam kurz der 15-jährige Jonas wieder raus mit dem Stimmbuch. Ja. Ich hab wieder viel zu viel gegessen vor dem Ding. Ähm. Ich bin die ganze Zeit am Aufstoß. Ähm, äh, wie heißt die denn nochmal? Von Agro, die, ähm, Kedikel. Ja, hat die auch Kopfnicker-Mucke gemacht? Ja, das war ja schon so dieser modernere, dieser Agro-Film. War schon der neuere, ne? Ja. Ja, nee, also, deswegen hab ich aber nicht. Das ist schon nochmal anderes Kaliber hier. Okay. Und weil ich gerade bei QAMI war, der hat jetzt zwei Wochen nach der Izzer-EP schon wieder einen neuen Track draußen mit Big Pat von, äh, BHZ, den ich für, äh, hook-technisch gibt's aktuell wenige, die, die so Dinger bringen, die so hängenbleiben. Äh. Mit BHZ? Mit Big Pat von BHZ. Ach, von BHZ. Das ist der große Dude. Nee, ich war nur grad verwirrt, weil du, weil die da nicht beistehen. Nee, nee, ich hab einfach nur Big Pat, äh, steht Big Pat, Boost, Tom Hengst und den Jungs von Rap-Kreation. Äh, da auf dem Track sind auf jeden Fall, boah, mindestens drei Acts von den Top-Ten-Acts, die ich gerade am meisten feiere. Deshalb, äh, Top-Fit heißt das Ding, sehr nice. Big Pat macht die Hook, äh, da ist er Spezialist. Und, ja, ich fand Enemy auch noch ganz geil. Was? Enemy. Enemy. Über den hatten wir auch eben schon gesprochen. Ach so, äh, 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 da wollte ich schon sagen, ob wir den vergessen haben. bis du mich hier erleuchtet hast. Ich hab mich auch gefragt, warum der Song Billy heißt. Mhm. Äh, fand den Beat sehr, sehr interessant, hab mir gedacht so, ach krass, ja, so was macht doch hier kein Rapper in Deutschland gerade. Und dann hast du mich aufgeklärt. Dann hat Raheem wieder alle Hoffnungen zerstört. Dan, 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 da, dan, 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 das ist Billy Eilish, Bad Guy. Äh, quasi, ja, eins zu eins gecovert. Ist aber, also der Beat. Heute ist ein richtiger Cover Friday hier, ne? Ja, stimmt. Cover Friday. Ähm, ist aber vom Sounddesign tatsächlich ein bisschen neu gestaltet. Äh, waren ein paar interessante Elemente, wie das da dann umgesetzt wurde. Aber das Original bleibt einfach das Original. Es ist immer noch besser. Ein geiler Song, der von Billy Eilish. Extrem, das ist extrem. Ähm, auch der ganze Stil, das ist, das ist aber auch das Ding gewesen, als der Billy Eilish Song rauskam, dachte man schon so, sie macht gerade den neuen Sound. Das wird das sein. Sorry. Das ist, äh, Karma, wenn man sich über meinen Stimmbruch lustig macht. Äh, ja, das ist, wenn man, äh, zu viel Gutes über Rapper redet, wahrscheinlich. Genau. Dann sagt irgendwann dein Körper, hör mal auf. Das haben die nicht verdient. Bleibt zum Hals stecken. Bleibt mal ehrlich. Aber ich bin jetzt gerade, ne, also, ich wollte nur sagen, dass der Billy Eilish Sound ist halt auch einer, wo man, äh, in der Branche dann ein bisschen Sorge hatte, Scheiße, es werden jetzt alle in Zukunft so klingen, weil das so geil ist und so neu klingt, aber irgendwie auch gewohnt, also nicht zu weg von allem, dass alle werden jetzt versuchen, so Beats zu machen. Zum Glück ist das nicht so stark der Fall gewesen. Noch nicht. Gar nicht irgendwie, ne? Auch in Amerika nicht. Ja, weil genau die... Ist nicht so leicht zu imitieren auch, ne? Du kannst genau, genau den Beat, der ist halt, wenn du den machst, da ist vom Rhythmus, wie das aufgebaut ist, man weiß sofort, dass es Billy Eilish abgekupfert hat. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Naja, das hat ja zwei Jahre lang in Deutschland auch keinen gestört. Es stört immer noch keinen. That's what she said. Aber es wird langsam weniger. So, äh, naja, auf jeden Fall eben... Also, ich fand's auf jeden Fall interessant und, äh, ja, jetzt ist der Song dadurch ein bisschen weniger interessant, aber ich, äh, bin auch gespannt, in was für eine Richtung Enemy jetzt geht, weil er auch viel gegen den aktuellen Zeitgeist, bei Jamfm in dem Exclusive hat er ja sehr viele Lines gegen aktuelle Deutschrap-Szene gedroppt und so. Oh. Und da muss er jetzt natürlich seinen Worten Taten folgen lassen und irgendwas anders machen. Ja, der ist ein bisschen so offensive gerade, ne? Ja, ja. Also, der Song davor war jetzt auch nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen und seine Performance bei Jamfm war auch nicht, äh, gerade rar. Ich, ich hatte ihn gar nicht, gar nicht auf dem Schirm, als du mir dann gesagt hast, der war mit, äh, Arztlack, da, da konnte ich mich dran erinnern, so, aber ich hatte in, in der Reaction, die ich gedreht habe, wusste ich gar nicht, wer er ist, war aber verwundert, dass man auf so einen Popsong dann wieder so ein Rap-Ding macht und hatte irgendwie das Gefühl, als ob es sowieso gerade einen Wandel gibt im Deutschrap, dass die Beats gerade ein bisschen wegkommen Afro-Beat, Afro-Trap oder Demporhythmus wegkommt, dass alles ein bisschen, ein bisschen gradliniger, ein bisschen schneller mit geraderen Rhythmen kommt und meistens, äh, verändert sich die Musik oder ist die Musik auch immer davon abhängig, welche Drogen gerade aktuell sind. Kein Scheiß. Meinst du, meinst du, jetzt kommt Psycholelisches eher wieder und, äh, Coca wird wieder ein bisschen zurückgeschraubt oder was? Coca, ja, also alles mit ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen gradliniger, ein bisschen, äh, okay, anders. Weil, weil die Trap-Sachen waren ja mehr auf Lean und, äh, zurück und, äh, Weed und so weiter. Äh, also Weed eher das Lean-Ding so, aber, ähm, ja, jetzt ist, glaube ich, echt Coca-Speed, so alles, was ein bisschen gerade und nach vorne ein bisschen schneller. Interessante These auf jeden Fall. Ja, aber Rhin Bowser ist auch ein gradliniges, schnelles Ding. Apache, gradlinig, schnelles Ding. Also schnell im Sinne von, es ist jetzt nicht dieses Half-Tempo, äh, wir sind eigentlich nur bei 60, 60, 70 BPM, was dann schon das halbe Tempo wäre, also 140, davon das halbe Tempo, ähm, Ding, sondern wirklich gerade, gerade Patterns auch, was die Drums spielen und jetzt hier, dass der Enemy auch so ein Beat hat und, äh, ich weiß nicht, wir beobachten das. Also wenn wir einen neuen, äh, Stil wollen in Deutschland, müssen wir einfach neue Drogen auf den Markt bringen. Nee, die Drogen, nein, du musst die Musik nach den konsumierten Drogen richten, beziehungsweise kommt das meistens automatisch. Es ist eh schon seit den 70ern alles schneller geworden, weil dann Dinge, die, 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 der ganze Arbeitsdruck, die Leistung, Kokain war aktuell und so weiter, gerade auch in den, äh, 80ern, äh, kam so eine richtige Kokainwelle in den USA und dann, ähm, äh, auch selbst Koffein, ja, also selbst, dass der ganze Kaffeekonsum und so weiter, das spielt alles tatsächlich mit dann auch drauf ein, dass die Leute, äh, schnellere Sachen hören wollen. Du hattest ja in den 70ern Disco, richtige Disco-Entwicklung, da kam ja ein ganzer Disco-Sound, äh, das war ja auch Kokainwelle, naja, das, aber, ja. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, wie Enemy anscheinend gerade versucht, so seine Nische zu finden, weil, Ja, der war auch ein bisschen weg, ne? Wir hatten alle das, ja, der hat, glaube ich, so vorletztes Jahr sein, äh, Debüt-Ding gedroppt, aber weißt du, wir hatten, glaube ich, Ja, aber jetzt so rein von der, das gleiche Gefühl als, äh, Kapo und Hafti, die ganzen Jungs gesigned haben. Genau. Deshalb waren dann Diyar, Enemy, Sufjan, Azimemo, da musstest du erst mal drauf klarkommen, okay, was, wer steht jetzt für was? Und er scheint, glaube ich, jetzt gerade erst so wirklich seine Nische zu finden, beziehungsweise er ist gerade relativ offensiv auf der Suche nach dieser. Mhm. So, Sufjan macht ja halt diesen Drill-Film und, äh, Azimemo sehr modern. Ja, Azimemo ist schon so am ehesten in dem, was halt gerade so angesagt ist, wobei der echt krass rappen kann auch. Auf jeden Fall, ja. Was er meiner Meinung nach zu selten zeigt und dadurch ein bisschen, äh, in der Masse untergeht. Ja, die müssen gerade eher ein bisschen gucken, wie du sagst, die wurden halt gesigned, äh, damals bei, damals bei Generation Aslak, was jetzt aber wirklich auch schon wieder, ich meine, Es war Ende 2015, da waren die alle auf dem Hafti-Tabgau. Es ist auch schon wieder vier Jahre her und, ähm, dann kam, äh, Sufjan, äh, relativ bald, hat seitdem ja zwei Tapes gedroppt, Azimemo kam in seinem Ding, Enemy auch, glaube ich, ja, ne? Porta Mivia kam 2017. Ja, ja, genau, genau, mit dem Cover auf der Treppe, glaube ich, was, ne? Was aus DIA geworden ist, Wow, der hat auch ein Ding gedroppt, aber der ist echt am ehesten untergegangen worden. Der war echt am wenigsten auf der Bildfläche, aber am meisten waren so, Azimemo und, äh, Sufjan, würde ich sagen, auf der Bildfläche. Enemy ist auch ein bisschen zurückgegangen, jetzt ist er aber wieder auf jeden Fall am Start und spart auch nicht an Output. Ne, finde ich aber gerade auf jeden Fall interessant. Ja, auf jeden Fall. Die Jungunternehmer von DIA kamen auch 2017. Ah, ja. Okay, okay. Krass. Wenn man so vorlegt auf so einen Beat, dann, ja, bin ich gespannt, was danach kommt. Ja, Mann, also, die Richtung wäre auf jeden Fall interessant, äh, so, er scheint es ja auch nicht verstecken zu wollen, dass es von Billy Aldisch, äh, inspiriert ist, wenn der Song Billy heißt. Genau, er hat auch die blauen Haare, äh, in dem Video von Billy, wofür, ja, so gut geworden ist. Bei Jamfm hatte er noch, äh, grüne Haare, oder? Ja, diese blau-grün, so ein türkises Style. Ja, ja, ja. Er redet von der gleichen Farbe. Ja, ja. Und, äh, der, in der, Billy kommt nie in dem Song vor, also, das Wort. Und am Ende steht auch, eigentlich, glaube ich, der echte Titel von dem Song. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Hook da lautet, aber das steht dann hinten auch, äh, am Ende dann drin, in der Endkarte. Cool. Jo, und wer alles mit, mit dem ganzen Zeitgeist aktuell nichts anfangen kann, äh, bekommt heute von Afrop und Hayes, äh, Real in Rap, würde ich mal behaupten. Und Silla hat auch seinen neuen Song Mainstream, äh, ordentlich an die Szene ausgeteilt. Und was die 537 anderen Songs sind, die heute erschienen sind. Von denen ich einen noch nennen wollte. Aha. Äh, von Keke nämlich. Ah, ja. Das Intro. Ähm, man kennt, man kennt sie vielleicht vom... Kiki. Ich würde Kiki sagen. Weiß man, wie man sie ausspricht? Keke, meine ich. Gibt's da ein offizielles, wo sie's mal gesagt hat? Äh, Trettmann sagt's. Äh, das fand ich auch sehr nice auf dem Trettmann-Album, wie er auf dem Song vor dem mit, äh, Keke dann die ganze Zeit, äh, Keke, sagt, äh, hören Keke, hören Keke, hören Keke. Und dann kommt der neue Song, wo sie halt drauf ist. Äh, okay. Äh, das war ganz einfach. Ja, und wer sie von dem Song kennt, der wird auf jeden Fall bei diesem Song jetzt etwas überrascht sein. Äh, so bin ich gerade. Genau, also es ist, äh, sehr rougher Rap auf jeden Fall. Ich, ich will's ja nicht immer direkt, äh, mit einer anderen Rapperin vergleichen, aber es hatte so ein bisschen, finde ich, äh, äh, dann mach's nicht, lass doch. Nee, okay, dann, ja, okay. Es ist auf jeden Fall rough. Es sagst du's und dann machst du's. Also, ja, ja. Das ist nicht konsequent. Okay, ich bin konsequent. Lass es erst mal weiter. Ich find das auch gut. Ich fand den Song geil. Schreib's in die Kommentare, mit wem ihr es vergleichen könnt. Das ist, das ist mal ein guter Weg. Aber, aber mit Einschränkung hätte ich es verglichen. Ich hätte gesagt, es wäre wie, hä, mit, hä. Ich hab's ja vor der Aufnahme. Ja, aber dann setzt du schon das vor. Ja, genau. Hört sie euch an. Ich hab's ja vor der Aufnahme gesagt. Hört sie euch an und schreibt sie in die Kommentare, worauf ihr sie einordnen würdet. Ja. Auf jeden Fall, ähm, was ganz anderes als ihre Performance auf dem Trettmann-Album. Ich muss sagen, mir gefällt sie so, wie sie auf dem Trettmann-Ding ist, auf jeden Fall besser. Sie hat eine unfassbare Stimme. Ähm, sehr geil, sehr markant und, ähm, setzt sie da sehr gut ein auf dem, wie heißt der, irgendwas mit brauchen auf dem Trettmann-Album. Weißt du's noch? Du bist ja doch der Trettmann-Fanboy. Weiß ich gerade nicht. Ich hab das Album nicht so oft gehört, Alter. Ja. Obwohl, wir sind ja alle Trettmann-Fanboys. Ja, Mann. Ähm, aber tatsächlich fällt mir gerade der Song, der Song, aber auch Kids Creek, ne? Ja, generell. Wenn wir über Trettmann reden, meinen wir beides. Dann sag doch bitte mal die Kürt. Wenn du mich brauchst. Ja, genau. Also, da zeigt sich jetzt von einer anderen Seite auf dem Intro wesentlich rapplastiger, aber trotzdem, äh, mindestens mal interessant und auch, äh, First There Was December hat einen neuen Song rausgehauen. Immer noch da, heißt der. Der war ja vor einigen Wochen mehr oder weniger aus dem Nichts aufgetaucht, äh, auf Corey's Label Greatness Music und hat direkt mit seinem ersten Song ordentlich für, äh, jetzt nicht für übertrieben Welle gesorgt, aber dann doch, äh, gut performt. Sowohl bei YouTube als auch im Streaming. First There Was December. Und der erste Song hieß Anders, auch mit einem sehr geilen Video, was es dazu gab. Ähm, und ja, auch immer noch da ist jetzt die nächste Single auch wieder sehr schönes Ding geworden. So, und wer bis jetzt dran geblieben ist, wird noch mit Alpha Mob, äh, belohnt. Der hat heute sein neues Album Swaffle Funk 3 rausgebracht. Sehr geiler Memphis, äh, Three Six Mafia inspirierter Sound, äh, der richtig bouncet. Und hat da, äh, interessante Gäste drauf. Jace, Caramello, Skinny Finster, Opti Main und Keke. Ah. Ah ja, okay. Ah ja. Okay, krass. Aber ist das auch die, die jetzt in dem Film wach drin war? Nee, das war Ali Neumann. Das war Ali Neumann. Die hat bei Zeit steht, äh, vom Trettmann Album. Ah, okay, okay. Hätten wir das auch noch geklärt. Ah, guck mal hier, er weiß, wie man so eine Klammer, so eine inhaltliche Klammer um so ein Video drum macht. Sauber. Profi. Äh, Albumtitel des Tages geht an TJ Beast Boy, der Hyper Real Rave Lord rausgehauen hat. Hast du reingehört? Äh, ja, kurz. Ich glaub, Produktion von Jankira, der auch, äh, eh auch immer einen ganz guten Job macht. Hat mich jetzt nicht direkt so gecatcht, aber es geht halt wirklich in Richtung Rave. Also es ist Party Sound. Sehr. Auch schneller. Straight nach vorne, ja, ja. Auch schneller? Ja. Die Drogen, ich sag's euch. Äh, ja. Sonst, darf ich noch was sagen? Gib ihm, komm, was soll der Geiz? Auch, äh, find ich, auch zu erwähnen, auf jeden Fall Ramo heute, auch ein Release mit Kilos auf dem Ozean. Ich hab's ja auch mal kurz angespielt. Hier, ja, absolute Straßenmanier hier sehr, sehr stark. Flow sehr, sehr on point. Ja, also ich find Ramo, das hatte ich das letzte Mal eigentlich auch schon angesprochen, aber da waren wir schon off-camera, äh, dass die da mit Qualität der Music gerade am Kommen sind und echt einiges an Start bringen. Und vor allen Dingen Ramo, finde ich, äh, ist da ein gutes Vorzeigepferd. Äh, sagt man das so? Vorzeige? Nein. Das Beste Pferd im Stall. Beste Pferd im Stall, Vorzeige. Rap-Partner? Ihr seid doch die Journalisten. Ja, aber es gibt jetzt nicht das eine geflügelte Wort mit Vorzeige. Doch. Vorzeige-Künstler. Ja, okay. Ähm, und, äh, ja, auf jeden Fall sehr, sehr stark, auch, äh, wirklich ein alter, ja, dieser Frankfurter Stil. Vielleicht hab ich da auch einfach so eine persönliche Verbindung zu, aber ich find's, find's sehr, sehr stark. Sollte man auch auf jeden Fall abchecken. Wie du hier zu Gast war, hat er ihn ja auch ein bisschen mit Hafti verglichen, ne? Ja, das, äh, ja, das Ding ist, Haftbefehl, also, er hat die Energie wie Haftbefehl. Dieses alte Straßending, so richtig diesen Hunger in seiner Stimme. Das, was halt einen krassen Straßenrapper immer ausmacht, ist der Hunger vor allen Dingen nach mehr. Und das hat man, bei ihm hört man das krass aus. Super authentisch. Aber er ist Offenbacher, oder? Er ist Offenbacher, ja. Offenbacher. Ja, vergleichen, die Leute rasten ja auch immer direkt aus, wenn wir gewagt sind, zu vergleichen. Ja, Leute, vergleichen heißt auch manchmal einfach nur, dass man bestimmte Aspekte einen erinnern an halt, äh, die und die Richtung. Ja, oder zur Orientierung einfach, äh, dass der Mensch möchte halt gerne Schubladen denken. Schubladen helfen halt dann trotzdem noch, auch wenn man sie vermeiden möchte. Also, Ramo bleibt Ramo und Haftbefehl bleibt Haftbefehl. Das steht komplett außer Frage. Das braucht man gar nicht vergleichen. Aber diese Energie, die Haftbefehl eine Zeit lang sehr, sehr stark hatte, äh, das hört man bei Ramo gerade raus, wenn man da auf den, auf die Sachen von Haftbefehl stand, wird man Ramo genauso feiern, äh, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und, ja, Qualität der Musik. Die haben auch ein drittes neues Signing übrigens, äh, Ian 104. Ich weiß nicht, wie sehr ihr ihn auf dem Schirm habt. War sehr überraschend, muss ich sagen, weil es ein komplett anderer Stil ist. Absolut dieses moderne, Zeitgeist, Klamottengeflexe und, äh, äh, weiße Haare oder so blonde Haare, kurze und so. Äh, ganz was anderes. Hätte ich gar nicht gedacht. Hier, ne, mit Massiv, Ramo und Malo, die ja alle mehr dieses Straßending haben, dass da jetzt so ein, so ein Trap-Ding irgendwie kommt. Mehr, mehr dieses, äh, diesen Rap-Nachfolger, der quasi heute Punk darstellt, so ein bisschen. Genau, ja, also irgendwie sowas in die Richtung. Fand ich ein bisschen überraschend, aber gucken, wie es läuft. Ja, umso interessanter. Was war noch? Lugadio, nein, Alter, natürlich. Ich weiß nicht, ob ich die schon erwähnt habe, aber die Boys aus Köln haben heute ihren neuen Song Hash gedroppt. Ah, ja, ja, hast du gezeigt. Das war das, ja. Ja, auf einem sehr minimalistischen Beat von Trier, der, äh, da musst du auf jeden Fall mal reinhören, wenn du die Jungs noch nicht auf dem Schirm hattest. Error 404. Okay. Ist, äh, vor zwei, drei Wochen erschienen. Da ist so eine, boah, so eine unfassbar geile Baseline drin. Wie schreibt sich Error? Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ich zeige es dir gleich, äh, aber Lugadio und die Jungs müssen hier auf jeden Fall noch erwähnt werden. Hash, Hash oder Hash? Hash. Ja, das war, du hast mir ein Beat, äh, einen Song gerade gezeigt, war sehr lustig auf jeden Fall. Ja, Mann. Sehr minimalistisch, aber halt, äh, richtig, richtig Moshpit-tauglich ohne Ende. Ja, Mann. Äh, wollt ihr Vacell Jugglers ganz kurz normal anschneiden? Boah, äh, kannst du gerne was zu sagen? Ja, ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich eine Reaction drauf gemacht habe, war ein bisschen überrascht, äh, in was für eine Richtung Vacell gerade geht und, ähm, ja, ist, man hat das Gefühl, dass er die letzten Monat, zwei oder so nicht den Film mitbekommen hat, der eigentlich gerade sich entwickelt. Also der Song ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen zu schnell dran damit. Ja, ein bisschen hinten dran, so ein bisschen, vom Sound, von der Soundesthetik her, so ein bisschen hinten dran. Ja. Ja, das kann auch so stehen lassen. Aber für jeden, äh, Song, der aktuell in so eine sommerliche oder in so eine poppige Richtung geht, kommt ein Newcomer aus dem Untergrund, der anderen Shit macht, der irgendwas anders macht als, äh, die erfolgreichen Leute gerade und die müsst ihr finden und die findet ihr bei uns. Ja, man kann ja alles mal abchecken und du hast jetzt auch ein paar Sachen gesagt, die ich dann auch cool fand, das ist ja eben das Spannende. Shogun war ja zum Beispiel, fand ich sehr, sehr cool von der Produktion. Ja, sonst, äh, weiß ich nicht, äh, ich würde sagen, das war's, wir machen hier mal einen Strich. War viel zu viel. Santiano hat hier MTV Unplugged rausgebracht, das muss man noch erwähnen auf jeden Fall. Hip-Hop. Santiano. Santiano. Kennst du nicht? Größte Deutschrap-Crew aller Zeiten. MTV Unplugged? Okay. Legenden aus Stuttgart. Okay, wenn du Santiano jetzt nicht kennst, dann macht das natürlich schwer. Ist doch diese Piratenband, oder? Keine Ahnung. Ja, und Santino hat was rausgebracht. Ah, guck mal da, Überleitung des Grauens, Alter. Geile Überleitung. Mir wenigstens ist, äh, Santiano, Santino, es geht schon in die gleiche Richtung. So, hört euch alles an. Hört euch alles an. Wir sind raus, vielen Dank an Ramin, dass du hier warst. Vielen Dank an Ramin, waren sehr geile Beiträge. Boah, es ist unfassbar lang wieder geworden. Ja, nochmal locker zwei Stunden jetzt, Alter. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr haben wollt und euch das nicht genug war, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, youtube.com. Dann schaut alle einen Release bei der Folgen von uns, von mir. Danke. Und, äh, Jonas, ich hab mit Jonas auch schon eine Folge gemacht, oder zwei? Ja. Wir haben auch schon zwei Folgen bei mir auf dem Kanal gemacht. Auch schon wieder ein paar Wochen her, da haben wir über Miami Yassin, da war der erste, da war der Raff-Trailer gerade draußen zu Zenit, da ging seine Zenit-Phase los. Und über Kapi Samra, ähm, wie heißt das, Nummer 1 haben wir da gesprochen. Ja, siehste, warst du auch schon da. Aria war auch schon da. Genau. Ein paar lustige Sachen gemacht. Fehlt es nur noch du. Noch, klar. Nächstes Mal. Aber du bist nicht in Köln, deswegen da sind. Äh, ich komm mit der Bahn. Das ist easy. Ich komm mit der Bahn. Alles klar, ja, vielen Dank für die Einladung Wie gesagt, checkt die nächsten Tage irgendwann äh, mein sehr schönes, langes Interview bei dir im sehr schönen Spaceship-Studio aus. Oh ja. Äh, über deine Biografie. In diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende. Ciao. Puh.